Guten Morgen, liebes Publikum, hier im Saal und auch im Livestream zu Hause oder sonst wo im Büro, liebe Podiumsgäste, die momentan noch hier unten sitzen und ich fasse mal zusammen, liebe HBSlerinnen und liebe SLElerinnen. Mein Name ist Anja Kühn, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am SLE und zuständig für die Koordination der entwicklungspolitischen Diskussionstage. Diese sind eine Kooperationsveranstaltung zwischen der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Seminar für ländliche Entwicklung und sie finden in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt, also sind gut etabliert mittlerweile. Und ich fange gleich mal damit an, dass ich ein großes Dankeschön einschiebe für die jahrelange gute Kooperation, besonders mit dem Referat Internationale Politik der Böll-Stiftung und dem Studienwerk. Und heute möchte ich aber auch mal ganz ausdrücklich mich bedanken bei dem immer sehr guten Veranstaltungsmanagement, Catering und den Herren hier an der Technik, die immer dafür sorgen, dass das hier sehr gut und reibungslos läuft. Vielen Dank. Die entwicklungspolitischen Diskussionstage sind fester Bestandteil der Ausbildung am SLE. jedes Jahr organisieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SLE und interessierte Stipendiatinnen und Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung, wählen drei aktuelle entwicklungspolitische Themen aus, die sie dann inhaltlich bearbeiten und organisatorisch alles vorbereiten, die Referenten einladen. Und dann gibt es drei Veranstaltungen in jedem Jahr. Heute sind wir bei der dritten Veranstaltung der diesjährigen Diskussionstage und wie Sie sehen, geht es um Digitalisierung in der ländlichen Entwicklung. Digitalisierung ein ganz wichtiges Thema und ich zitiere mal aus unserem Flyer, ein unaufhaltbarer Megatrend des 21. Jahrhunderts. Ich bin sehr gespannt, was Sie, liebe Podiumsgäste, zu dem Thema dann nachher alles erzählen werden. Ich halte mich inhaltlich da ganz raus. Ich möchte aber bevor wir loslegen, die Gruppe vorstellen, die die heutige Veranstaltung vorbereitet hat. Steht mal auf, damit ich euch sehe. Das sind von, oder damit euch alle sehen, das sind von links nach rechts Elena Ammel, Franziska Kamm, Verena Wart, Ariel A. Rauchhoff von der HBS, Rebecca Göke, Manuel Marx und Peggy Günther. Die beiden Letzteren sind auch unsere Moderatorinnen für den heutigen Tag. Bei der Vorbereitung unterstützt wurde die Gruppe von unserer Kollegin Miriam Holländer, die da drüben sitzt. Vielen Dank auch an dich. Wir werden direkt einsteigen. mit einer thematischen Einführung in die Digitalisierung und dafür bitte ich den Ariel hoch auf die Bühne und ich wünsche uns und Ihnen allen eine spannende Diskussion für den heutigen Tag. Vielen Dank, Anil. Smart New World. Diese drei Wörter könnten uns an die Vergangenheit erinnern. Vielleicht ein altes Huxleys bekannteste Roman, Brave New World, auf Deutsch Schöne neue Welt, der 1932 veröffentlicht wurde. Gleichzeitig bringt uns die Referenz auf Huxleys Meisterwerk in die heutige Zeit zurück. Die Einführung der Fließbandproduktion durch Henry Ford symbolisiert in Huxleys Werk das wichtigste Ereignis der Menschheit. Gleichzeitig zeigt uns sein Werk die zweiten Seite des Lebens in einer utopischen Gesellschaft, in der Technologisierung ein dermaßen stabiles System erzeugt, das sie zur Etablierung eines totalitären Weltstaates führt. Und somit kommen wir auf unser heutiges Thema. Denn digitale Technologien, die oft mit dem Wort smart bekennzeichnet werden, sind immer mehr Aspekte unseres Alltages zu finden. Diese reichen von Big Data bis zum Internet of Things und werden also oft als ein Allheilmittel für menschliche Probleme dargestellt. Als der Weg zu einer Utopie. Aber Utopien sind per Definition nicht nur als Visionen oder Fantasievorstellungen zu verstehen, sondern auch als undurchführbar wirkende Pläne oder Ideen ohne reale Grundlage zu verstehen. An diesem Punkt ist es also wichtig uns zu fragen, ist Digitalisierung wirklich eine Utopie? Aber bevor wir das beantworten können, ist es umso wichtiger zu klären, was wir unter Digitalisierung verstehen und auf welche Aspekte wir uns fokussieren werden. Digitalisierung könnte man als die Veränderung von Prozessen, Objekten und Ereignissen, die bei einer zunehmenden Nutzung digitaler Geräten erfolgt, definieren. Dabei wahrscheinlich die relevanteste Sparte der Digitalisierung für das menschliche Zusammenlegen, die Informations- und Kommunikationstechnologie, kurz IKT. IKT bezeichnet alles, was mit dem Zugang, Speicherung, Übertragung und Verarbeitung digitaler Informationen zu tun hat. Begonnen vom Telefon über Radio und Fernseher bis zum Computer. Die steigende Relevanz der IKT zeigt sich zum Beispiel in der Anzahl der Internet-Nutzer weltweit, wie Sie sehen können, die sich in der letzten Dekade mehr als verdreifacht hat, von einer Milliarde auf etwa 3,5 Milliarden. Auch in der EZ zeigt sich die wachsende Bedeutung der Digitalisierung, wie unter anderem der aktuelle Weltbankbericht zu dem Thema Digital Dividends verdeutlicht. Besonders im globalen Süden steht die rasante Verbreitung von IKT im Mittelpunkt. So gibt es Schätzungen, dass im unteren Fünftel des Einkommens ca. 70% der Bevölkerung im globalen Süden Handys nutzen. Auch die Schaffung von Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten werden oft als eine sehr große Chance gesehen. Neben der rein wirtschaftlichen Relevanz bietet IKT auch den Zugang zu Dienstleistungen für zuvor marginalisierte Bevölkerungsgruppen oder arme Bevölkerungsgruppen, nicht zuletzt in ländlichen Regionen. So reicht die Bandbreite zum Beispiel von Apps, wie die an Wanderarbeiter gerichteten Handelsplattform Movosa aus Südafrika, über SMS-basierte Cash-Transferdienste wie M-Pesa aus Kenia, bis hin zu Schulungen des Startups lieb via Mobiltelefon für medizinisches Personal auf dem Land, sowie Online-Tipps zu Viehzucht für Kleinbauern durch M-Farm oder IKAU. Wie Sie vielleicht sehen könnten, haben wir eine Auswahl solcher Beispiele von IKT-Entwicklungen in Form von QR-Codes zusammengestellt. Heute werden wir uns im Rahmen der Podiumsdiskussion auf zwei der relevantesten Sektoren im ländlichen Raum begrenzen. Landwirtschaft und Gesundheit. Speziell im Hinblick auf globale Ernährungssicherheit, Klimawandel und Gesundheitsversorgung auf dem Land sind diese beiden Sektoren essentiell. Sie werden auch in den Sustainable Development Goals im Grundsatz des Leaving No One Behinds und besonders in den Zielen 2 und 3 betont. Zusammenfassend könnte Mensch also ohne Zweifel behaupten, dass Digitalisierung im ländlichen Raum viele Potenziale für ländliche Entwicklung bietet. Dennoch ist der Weg zur vielversprechenden, smarten neuen Welt, wie am Anfang erwähnt, noch lange nicht geebnet. Eine Vielzahl von Faktoren spielen eine tragende Rolle für die tatsächliche Erzielung dieser Versprechen und somit auch für die Beantwortung unserer ursprünglichen Fragen, ob Digitalisierung eine Utopie sei. Zu diesen Herausforderungen zählen, um einige Beispiele zu nennen, der limitierte Zugang zu IKT durch fehlende technische Vernetzung. So sind etwa 60% der Bevölkerung oder etwa 4 Milliarden noch nicht online vernetzt. Und auch etwa 2 Millionen Menschen haben keinen Zugang zum Mobiltelefon. Dies betrifft vor allem marginalisierte Bevölkerung, insbesondere ältere oder rurale Bevölkerung. Die gesteigerte Vulnerabilität, die aus einer erhöhten technischen Abhängigkeit resultiert, beispielsweise durch Internetausfälle, stellt ein weiteres Problem dar. Zudem kommt es des Öfteren zu staatlichen Repressionen, wie zum Beispiel das gezielte Blockieren von Webseiten oder Servern. Nicht zuletzt fehlen Rechenschaftspflichtigkeit, staatliche Regulierung und institutionelle Kontrolle der digitalen Vernetzung. Diese Aspekte weisen zudem auch auf die Notwendigkeit der Verknüpfung von digitalen Technologien mit analogen Rahmenbedingungen hin. Die Rolle der Digitalisierung für die ländliche Entwicklung heutzutage und in der Zukunft ist also nicht einseitig zu betrachten. Deshalb, abseits von utopischen Vorstellungen, wollen wir uns jetzt mit der Frage der Digitalisierung als eine reale Möglichkeit für die ländliche Entwicklung beschäftigen und sofort sowohl ihre Potenziale als auch ihre Herausforderungen, die sie mit sich bringt, betrachten. Und dafür möchte ich gerne unser lieber Revalidationsteam sowie unsere Referentinnen und Referenten auf die Bühne bieten. Vielen Dank. Applaus So, alle sitzen dann auch herzlich willkommen von meiner Seite aus zur letzten Veranstaltung der diesjährigen entwicklungspolitischen Diskussionstage. Wenn ich durch die Reihen gucke, schön, dass ich zur frühen Morgenstunde nicht nur so viele Bekannte, sondern insbesondere auch so viele unbekannte Gesichter im Publikum sitzen sehe. Schön, dass ihr alle gekommen seid oder schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich bin Manuel Marx und gemeinsam mit meiner Kollegin Peggy Günther haben wir das Vergnügen, durch die heutige Veranstaltung zu führen. Wie Sie vielleicht sehen können, sitzt eine Person weniger bei uns auf dem Podium. Frau Gräfe musste leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Daher werden wir uns an einigen Stellen der Kunst des Improvisierens bedienen. Begrüßen möchte ich auch ganz herzlich unsere Gäste aus Kamerun, Kenia und Tansania, die im Zuge der Republika nach Berlin eingeladen wurden, um ihre digitalen Projekte im Bereich Gesundheit vorzustellen. Schön, dass Sie bei uns sind. Weiterhin möchte ich unsere Zuschauer aus dem Livestream begrüßen, die unsere Veranstaltung online verfolgen. Ariel sagte bereits, unser Thema ist Smart New World, Digitalisierung als Utopie oder reale Möglichkeit für ländliche Entwicklung. Das wollen wir in zwei Bereichen diskutieren. Im ersten Bereich, der etwas länger auch gehen wird, werden wir die Chancen, Risiken und Herausforderungen digitaler Technologien auf Projektebene thematisieren. Beispielhaft anhand der Sektoren Gesundheit und Landwirtschaft. Die beiden Sektoren sollen unsere Diskussion leiten, unsere Gedanken aber nicht begrenzen. Also wir werden auch immer wieder, denke ich, Argumente finden, die über diese beiden Sektoren hinausgehen. Nach einer halbstündigen Pause, in der wir Sie gerne zu Kaffee und einigen Snacks einladen, werden wir dann im zweiten Teil über die analogen Rahmenbedingungen sprechen, die als Voraussetzung dafür angesehen werden, um das entwicklungspolitische Potenzial der digitalen Technologien entfalten zu können. Vielen Dank, Manuel. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit unseren Gästen und ich möchte Ihnen an dieser Stelle schon einmal Herrn Björn Richter vorstellen. Björn Richter ist seit Januar Leiter des Sektorvorhabens Digitalisierung für nachhaltige Entwicklung bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Bonn und extra angereist. Bereits seit 2010 arbeitet er für die GIZ, unter anderem in Pakistan und Afghanistan im Bereich Good Governance. Zuvor war er bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Singapur in einem Projekt zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements in der ASEAN tätig. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Begrüßen möchten wir auch ganz herzlich Herrn Michael Pittelkopf, der seit 2015 General Manager der Abteilung Public Services Africa bei SAP ist. Vor seiner Zeit bei SAP arbeitet er Pittelkopf als staatlicher Berater und war an verschiedenen IT-Implementierungsprojekten beteiligt. Außerdem sammelt er vielfältige Erfahrungen in Transformationsprojekten im öffentlichen Sektor. Leider wird Herr Pittelkopf uns aufgrund eines wichtigen Termins in BMZ bereits zur Kaffeepause verlassen müssen. Umso mehr freut es uns, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Schön, dass Sie bei uns sind. Und zu meiner Rechten möchte ich noch Frau Kerstin Fritsche begrüßen. Frau Fritsche ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Digitalisierung und Auswirkungen auf Nachhaltigkeit am Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Dabei beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft und Wirtschaft in den Ländern des globalen Südens. Zuvor arbeitete Frau Fritsche mehrere Jahre als Projektmanagerin in einem Think Tank zu Aspekten von Umwelt und Sicherheit. Herzlich willkommen. Im Vorfeld zu unserer Veranstaltung haben wir unsere Podiumsgäste gebeten, ein Bild mitzubringen, welches so ein bisschen den Zugang zum Thema für Sie aus einer persönlichen Perspektive darstellt. Die Bilder werden jetzt auf den entsprechenden Leinwänden zu sehen sein. Wir beginnen mit dem Bild von Frau Fritsche. Frau Fritsche, warum haben Sie uns das Bild mitgebracht und was sehen wir auf dem Bild und was sind Ihre Gedanken zu dem Bild? Ja, schönen guten Morgen. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, das habe ich nicht selber aufgenommen, das habe ich recherchiert, in einer Bilddatenbank, weil ich ein Bild gesucht habe, was auch die digitale Kluft vielleicht auch ein bisschen veranschaulichen kann. Wir sehen hier eine Straßenszene aus Lagos in Nigeria, der größten Staat Afrikas, mit je nachdem welcher Schätzung man Glauben schenken mag oder Statistik man Glauben schenken mag, 14, 17, manche sagen sogar 21 Millionen Einwohner hat. Eine Stadt, die ein wahnsinniges Bevölkerungswachstum in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, mit natürlich sehr viel Zuzug aus ländlichen Regionen und ich fand dieses Bild sehr, sehr schön, weil es entlarvt auch so ein bisschen den Betrachter aus meiner Sicht, vor allem wenn er sich in einem Industrieland befindet. Unter einer Computer Megacity stellen die meisten von uns, die hier sitzen, sich vielleicht erst mal etwas ganz anderes vor als das, was wir hier sehen. Also wie gesagt, eine Straßenszene mit einem Zugang zu einer Commercial Area, wo technische Gerätschaften eben verkauft und gehandelt werden. Meine erste Assoziation war gewesen, Computer Megacity, Mensch, das müsste doch mehr klitzern und das müsste doch mehr nach Smart City aussehen, wie wir das eben jetzt verstehen. Trotzdem steckt in diesem Bild sehr, sehr viel Wahrheit drin. Es zeigt nämlich, dass Computer, Smartphones, das Internet eigentlich wirklich in fast jedem Winkel der Welt schon vorgedrungen ist, dass es eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, in dem in Afrika, Sub-Sahara-Afrika, sich zu verbinden, Geschäfte miteinander zu machen, zu lernen, Gesundheitsdienstleistungen etc. in Anspruch zu nehmen und entsprechend auch ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist. Nichtsdestotrotz, und da komme ich mal auf die Klüfte zu sprechen, sehen wir auch, dass Infrastruktur nach wie vor immer ein wichtiges Thema und auch eine große Lücke ist. Wenn wir uns die Straße da anschauen, können wir uns auch vorstellen, dass es dann noch sehr große Herausforderungen gibt, nicht nur im Bereich Transportwege, sondern zum Beispiel auch im Bereich Energie, die man natürlich auch braucht, um digitale Technologien zu nutzen. Und so gesehen fand ich das ein sehr schönes Bild, was gleichzeitig aber auch ein Stück weit den Enthusiasmus mit transportiert, der mit diesen digitalen Technologien in afrikanischen Ländern verbunden ist. Weil um das Computer Megacity zu nennen, glaube ich, muss man auch von dem Potenzial dieser Technologien ein Stück weit überzeugt sein und auch von dem, was es an positiven Veränderungen auch für die Menschen in der Region bringen kann. Das ganz kurz, warum ich Ihnen dieses Bild heute mitgebracht habe. Vielen Dank, Frau Fritsche für den persönlichen Einblick. Wir kommen zu unserem nächsten Bild, was Herr Pittelkopf mitgebracht hat. Herr Pittelkopf, was sind Ihre Gedanken zu dem Bild? Ja, Sie hat mich ja gebeten, ein Bild mitzubringen, das das Thema ländliche Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit und Digitales zusammenbringt. Und für mich ist das Entscheidende nicht so sehr die Technologie, sondern wen man damit erreicht. Und hier sehen Sie drei Frauen, drei Menschen, zwei Frauen, ein Mann, aus Ghana, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ein Bild aus einem gemeinsamen GIZ-SAP-Projekt, übrigens Herr Richter, Cashew-Nut-Initiative, mit dem Mobiltelefon. Und digitale Technologien haben das Leben dieser drei Menschen sehr entscheidend verändert, weil sie es ihnen ermöglichen, die Cashew-Nüsse, die sie sammeln, im ländlichen Bereich direkt in globalen Märkten zu verkaufen. Wir verbinden dort, oder Technologie verbindet, den ländlichen Farmer in wirklich einer völlig abgelegenen Region mit globalen Märkten. Und das hat eine Auswirkung für den Menschen, für inklusive Entwicklung, nachhaltige Entwicklung. Das heißt, wir reden hier nicht über Multinationals wie SAP oder über große Agrarunternehmen, die davon Vorteile haben, sondern wir reden von konkreten Menschen. Das verbinde ich mit diesem Bild und das ist im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit bei allen Profitabilitätszielen, die wir als kommerzielles Unternehmen natürlich auch haben, die wir auch haben müssen, steht das für uns in diesem Zusammenhang auch wirklich im Zentrum unserer Arbeit. Und das sagt dieses Bild für mich sehr deutlich aus. Herzlichen Dank, Herr Pittelkopf. Kommen wir zu unserem letzten Bild, das Bild, was Herr Richter mitgebracht hat. Herr Richter, Ihre Gedanken zu dem Bild bitte. Ja, das Thema ländliche Entwicklung kann man ja verschiedenartig machen. Wir haben einfach geschaut, was zum Thema Gesundheit an Projekten ausprobiert worden ist, was einfach eine gute Möglichkeit ist. Das ist ein Lieblingsbild eines meiner Kollegen aus Ruanda. Da geht es im Endeffekt darum, Blutkonserven in Ruanda in entlegende Regionen zu bringen. Und da gibt es so zwei, das mag ja ganz einfach aussehen, das ist genau auch die Überzeugung von vielen Leuten, die das mit IKT verbinden, das muss ja irgendwas zum Anfassen haben. Also am besten bei Pilotisierung oder bei Digitalisierung laufen eben Projekte, wo man sich was vorstellen kann, was so ein bisschen noch in der klassischen Entwicklungszusammenarbeit dran ist. So Drohnen läuft gut, 3D-Drucker ist auch sehr gut, immer sehr plastisch verständlich. Was kann man damit machen? Da kann man so Sachen ausdrucken vor Ort, dezentral dann auch umsetzen. Oder eben bei den Drohnen, da kann man ja wunderbar mit diesem Quadrokopter Blutkonserven transportieren. Und das ist sicherlich gerade auch in ländlichen Gebieten genau der Vorteil von diesen Drohnen, wo man eben nicht hinkommt, beziehungsweise wo man nur mit sehr viel Aufwand hinkommt, dort was zu transportieren. Diese Drohnen gibt es auch in verschiedenen Formaten mittlerweile, dass sie von einem Pott zum nächsten Pott auch fliegen, sich dort aufladen und im Endeffekt dort wirklich verschiedene Materialien an ländliche Bevölkerung geben, die unglaublich wichtig dort sind und die beispielsweise in Kongo oder auch in Fluchtgebieten momentan in Syrien einfach eingesetzt werden von NGOs, um dort eine Lieferfähigkeit sicherzustellen. Also nicht nur, dass man sie plastisch anschauen kann, sondern es ist auch ein ganz praktischer Beispiel, was jetzt gerade noch am Anfang steht. Da gibt es aber schon Versionen auch aus dem Silicon Valley, die mehrere hundert Kilo transportieren können und die sicherlich dort auch die Zukunft von Transport sein werden. Nicht nur im Bereich Gesundheit, was das jetzt ist, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen. Das ist ein ganz praktisches, schönes Beispiel zum Anfassen. Überzeugt meistens Leute, wo muss man sich ja dann aber auch sagen, das ist sicherlich nur eine Spitze des Eisberges und das ist das, was ganz viele sozusagen Leute, die nicht Nerds sind oder gestern auf der Republika waren, die im Endeffekt dann das auch sich relativ einfach vor Augen führen lassen können. Das ist aber nicht alles, was Digitalisierung kann. Nur ein schönes Beispiel, was aber erst am Anfang steht und was noch nicht so ist, dass es überall ausgerollt wird, weil es Pilotisierungen sind. Und Ruanda ist da ein relativ guter Staat, der im Endeffekt, also eine gute Nachfrage und ein guter Kooperationspartner, weil die ganz massiv Digitalisierung in den Vordergrund stellen und von so einem Modellstaat sicherlich sind, wie Digitalisierung in Afrika umgesetzt wird. Und das ist nicht von der GEZ oder von irgendwelchen anderen Entwicklungsorganisationen beraten. Das ist genuin aus dem Staat selber gekommen und wir freuen uns, das zu unterstützen mit den Projekten, die die GEZ vor Ort macht. Wunderbar. Vielen Dank für die vielfältigen und teilweise persönlichen Einblicke ins Themenfeld. Es wurden sehr, sehr viele Aspekte angesprochen, die wir auch in unserer Diskussion aufgreifen und von daher ist es eine ganz wunderbare Überleitung gewesen zu unserer eigentlichen Podiumsdiskussion. Beginnen möchte ich mit Frau Fritsche. Frau Fritsche, wenn man sich viel in der Szene bewegt, dann kann einem ja geradezu schwindelig werden vor all den Potenzialen, die die digitale Technik mit sich bringt. Was sind Ihre größten Hoffnungen und was sind Ihre größten Ängste, wenn Sie an Digitalisierung und ländliche Entwicklung denken? Meine größten Hoffnungen und meine größten Ängste. Wir haben ja ein bisschen Zeit, um das zu diskutieren, weil Sie haben ja schon gesagt, dass es eigentlich quasi erschlagen kann, was es da an Möglichkeiten auch gibt in digitalen Technologien. Ich glaube, die größten Hoffnungen, die damit verbunden werden, jetzt nicht nur in Bezug auf ländliche Entwicklung, sondern Entwicklung in Ländern des globalen Südens allgemein, ist, dass Informations- und Kommunikationstechnologien den Zugang zu Informationen verbessern, Bildung verbessern, neue Erwerbsmöglichkeiten schaffen, neue Businessmodelle den Menschen bringen und die Menschen im globalen Süden auch befähigen, ihre Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen über den Zugang zu Technologien. Jetzt hatten Sie ganz am Anfang einen schönen Einführungsvortrag gemacht, da stand, Mobile Phones can transform Africa, where they can get a signal. Das heißt, all diese Hoffnungen, die verbunden werden mit Informations- und Kommunikationstechnologien, sind natürlich auch mit spezifischen Rahmenbedingungen verbunden. Das hat viel mit Infrastruktur zu tun, das hat mit Zugang zu tun, mit den Kosten für diese Technologien zu tun, aber auch mit der Frage, wie die Technologien an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind, also wie sie designt sind, in welcher Sprache Informationen zur Verfügung gestellt werden. Sehr viele Informationen im Internet sind zum Beispiel in Englisch, die sind für sehr viele Menschen im globalen Süden nicht nutzbar. Das heißt, da müssen auch Informationen aufbereitet werden. Es gibt noch sehr starke Unterschiede auch in dem Nutzerprofil von Internet und digitalen Technologien. Also ich denke, auf den Gender-Gap werden wir da bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Die Hoffnung ist, dass die Technologien gut designt werden können, gut begleitet werden können, auch eingebettet werden können, um Ungleichheiten, die bestehen zwischen Bevölkerungsgruppen, auch zu nivellieren. Aber die große Sorge ist natürlich, dass diese Ungleichheiten auch vertieft werden können, weil es braucht ganz spezifische Wissensbestände auch, um die Technologien zum Vorteil nutzen zu können und aufzupassen, dass sie eben nicht auch negative Konsequenzen, also auch eine Vertiefung von Entwicklungsunterschieden beispielsweise hervorrufen können. Und diese Sorge besteht natürlich ganz extrem und dann gibt es noch Sorgen in Bezug auf Datenschutz, Schutz der Privatsphäre etc. Das sind sehr große Themen, die damit verbunden sind und die man, glaube ich, auch immer in einem breiteren Kontext betrachten muss. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Herr Pitteltkopf, der Parlamentarische Staatssekretär Herr Silberhorn nannte jüngst den digitalen Wandel als den stärksten Hebel für Veränderung. Wenn wir betrachten, dass wir heute immer noch in einer Welt leben, in der rund 800 Millionen Menschen an Hunger leiden, was sehen Sie als die größten Potenziale digitaler Technologien für Ernährungssicherung und landwirtschaftliche Entwicklung an? Ach herrje. Darf ich einen kleinen Moment ausholen? Selbstverständlich. Um die Erwartungen zu managen, ich habe auch nicht die silberne Patronenkugel an der Stelle. Aber wenn wir uns den landwirtschaftlichen Sektor angucken und mal so ein paar Trends da betrachten in dem Zusammenhang, dann ist zunächst einmal klar, dass der landwirtschaftliche Output angesichts der wachsenden Weltbevölkerung bis 2050, jedenfalls laut FAO, keine SAP-Zahl, sich bis 2015 verdoppeln muss, um alle Menschen zu ernähren. Das ist so der erste wesentliche Trend. Hat das was mit IKT zu tun? Auf den ersten Blick nicht. Man kann es vielleicht anfassen, aber man kann es nicht essen, jedenfalls nicht direkt. Trotzdem gibt es einen Einfluss. Schauen wir mal einen Schritt weiter. Ein Drittel aller geernteten Feldfrüchte geht verloren während der Wertschöpfungskette. Also nur zwei Drittel dessen, was geerntet wird, kommt tatsächlich bei Verbrauchern an. Und da ist noch nicht berücksichtigt, was wir dann wiederum wegschmeißen in den entwickelten Ländern. Also offenbar gibt es Potenzial in der Wertschöpfungskette einiges zu verbessern. Nur, dass Sie sich das mal klar machen. Ein Drittel geht verloren bedeutet, dass die gesamte Weltbevölkerung davon zwei Monate lang leben könnte oder die geschätzt 870 Millionen, das ist die Zahl, die ich habe, Hungernden vierfach ernährt werden können, vierfach überfüttert werden können. Nur mit dem, was verloren geht. Da sehe ich einen Ansatzpunkt für IKT in der Wertschöpfungskette, das zu verhindern, das zu verhindern, dass ein Drittel verloren geht. Dritter Ansatz, wenn wir uns Landwirtschaft angucken, 55 Prozent der nicht bewaldeten nutzbaren Fläche wird für Landwirtschaft benutzt. Wenn ich die Zahlen richtig sehe von der FAO, sind es 80 Prozent des Wassers wird verbraucht dort, 30 Prozent der fossilen Rohstoffe, interessanterweise. Das heißt, die Energieintensität, die Ressourcenverbrauch, der mit Landwirtschaft einhergeht, spielt eine große Rolle. Denken Sie daran, wir müssen mehr mit gleicher Fläche machen. Das heißt, die Verbesserung der Nutzung der Flächen spielt eine Rolle. Schokolade, komme ich auch gleich zur IKT. Und dann ist für mich ein wichtiger Faktor, und deswegen wieder zurück zu meinem Bild, und das machen wir auch hier konkret, wer von Ihnen mag Schokolade? Fast jeder, ne? Ich darf nicht so viel Schokolade, weil ich leider einen Hang dazu habe, zu rund zu werden. Aber wussten Sie, dass 80 Prozent bis 90 Prozent der Schokolade weltweit oder der Kakaobohnen weltweit von nur 5 bis 6 Millionen Farmern produziert werden? Also wirklich eine überschaubare Größenordnung. Und dass die Preise runtergehen. Also wenn Sie zu dem Discounter gehen und für 79 Cent eine Taft Schokolade kaufen, dann kommt da nicht viel an am Ende. Und das bedeutet, dass Farmer, die tatsächlich produzieren, heute Pleite geben. Das heißt, Inklusivität spielt für mich auch eine Rolle. So wie kann da IKT eine Rolle spielen? Jetzt komme ich zur Informations- und Kommunikationstechnik. Sie hatten mir erlaubt, auszuholen. Bei der Wertschöpfungskette, da ist es ziemlich eindeutig. Das sind logistische Prozesse, wenn ich jetzt mal technologisch sprechen kann. Da geht es um ganz normale Betriebsabläufe. Nicht nur Kühlketten, da geht es auch um Beschleunigung, um Verringerung von Lagerzeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein No-Brainer, dass das mit Informations- und Kommunikationstechnologie angegangen werden kann. Ein bisschen schwieriger wird es, glaube ich, bei der Frage der Nutzung der Fläche. Und da spielt der eine Megatrend Internet of Things, der ja auch im Einführungsvortrag angesprochen wurde, eine große Rolle. Sensoren, Drohnen möglicherweise auch. Also die Frage, wie kann ich tatsächlich mehr aus Fläche holen? Es gibt Leute, die sagen, die sprechen von der sogenannten Singularität. Ich weiß nicht, wer den Begriff hier in dieser Runde schon gehört hat. Singularität, die selbst lernen, also das ist der Punkt, wo Computer das menschliche Gehirn im Grunde genommen überholt haben werden. Die sprechen davon, dass nur noch Roboterfelder bestellen. Daran glaube ich persönlich nicht. Das ist nicht meine Vision. Aber ich glaube, dass Menschen in die Lage versetzt werden, die Felder besser zu bestellen. Stichwort Inklusivität, auch im ländlichen Raum, auch der kleine Farmer. Ich rede hier nicht nur von den großen Produzenten. Das sind zwei ganz klare Ansatzpunkte. Und dann das dritte, Inklusivität, was ich auch gerade sprach, der Verbindung. Von Herstellern und globalen Märkten. Verkürzung der Wertschöpfungsketten an der Stelle. Oder wenn wir es mal andersherum formulieren, Verringerung von Zwischenstationen. Sodass mehr Geld am Anfang hängen bleibt, am Anfang der Wertschöpfungskette. Führt zu Inklusivität. Und an diesen drei Dingen zum Beispiel kann ganz klar Informations- und Kommunikationstechnologien Beitrag leisten. Herzlichen Dank. Sie sprachen den kleinen Farmer an, also insbesondere auch kleinbäuerliche Strukturen. Können Sie uns da einen Einblick eventuell in Ihre Arbeit geben über ganz konkrete Tools, mit denen Kleinbauern eben entsprechend effizienter arbeiten und wirtschaften können? Ja, ganz gerne. Weil ich das auch wirklich richtig gerne mag, das Projekt. Deswegen tue ich es wirklich gerne. Wir haben 2009, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl falsch ist, aber ich glaube es war 2009, in Ghana als Corporate Social Responsibility Aktion ein Projekt aufgesetzt. Zusammen mit Planet Finance, das ist ein Microfinance-Unternehmen und zusammen mit der GIZ und die Idee war da, Pharma, das lief unter dem Begriff Cashew-Nut-Initiative, Pharma die Möglichkeit zu geben. Nein, anders, Entschuldigung. Sie sind Pharma in Ghana, Realität ist, Sie sind nicht zur Schule gegangen, Sie können wirklich kaum lesen, Sie gehen morgens raus ins Feld, sammeln Shia-Nüsse für Kosmetik und dann kommt irgendwo ein Zwischenhändler und gibt Ihnen irgendeinen Preis. Sie haben keinen blassen Schimmer, ob das realistisch ist oder nicht. Sie müssen dafür verkaufen. Das war die Ausgangssituation. Wie schaffen wir es also, dass Sie wissen, was ist denn der Marktpreis? Um zu wissen, kriege ich einen fairen Preis von dem Zwischenhändler, bekomme ich das, was wirklich realistisch ist. Damit haben wir begonnen. Wir haben dann, und wenn ich jetzt sage, wir ist es immer Planet Finance, GIZ, SAP in diesem Dreieck und sind dann sehr schnell zu dem Punkt gekommen, naja, das ist zwar ein Punkt, aber das reicht eigentlich nicht, weil die Qualität der Produkte müsste auch verbessert werden. Shea-Butter ist ein Grundprodukt für Kosmetika, viele von Ihnen werden das heute Morgen benutzt haben, vermute ich mal. Und da gibt es ganz banale Dinge, wie mit gewaschenen Händen prozessierte Shea-Butter hat eine höhere Qualität. Das klingt banal, ist aber tatsächlich eine wichtige Erkenntnis. Da geht es um solche Dinge, sodass dann sehr schnell auch eine Komponente reinkam, Ausbildung, Fortbildung. Wie schaffe ich es, bessere Qualität zu produzieren? Da spielte IKT eine Rolle, weil da Distance Learning, so nennen wir, wir Nerds das, da wurde tatsächlich über einen Computer, stellen Sie sich das vor wie Skype, wie eine Skype-Videokonferenz, wurden die Frauen, das sind überwiegend Frauen, ausgebildet, wurde das erklärt. Und es gab auch einen Lehrer vor Ort, der das dann nochmal mit umgesetzt hat, das ist keine reine technologische Schulung gewesen. Das war Nummer zwei und dann als drittes hieß es, ja warum brauchen wir eigentlich die Zwischenhändler im großen Stil? Warum schließen sich die Frauen nicht als Kooperative zusammen? Haben damit andere Angebotsmengen, die sie interessanter machen für Endnutzer. Das führt dazu, dass da eine Plattform, wir nennen die Rural Sourcing Management, die heute auch ganz normal auf unserer Preisliste steht, was also begann als Corporate Social Responsibility, ist heute ein ganz normales kommerzielles Produkt, das wir anbieten, das eben solche Kooperative in die Lage versetzt, direkt mit globalen Märkten in Verbindung zu treten. Und wenn Sie sich das mal anschauen, Nestlé kauft heute unmittelbar bei Farmern in Ghana, das ist dann ausgebaut worden. Auf Kaffee Pharma, Uganda Kaffee Initiative haben wir vor kurzem eine strategische Partnerschaft mit der GIZ gelauncht. Und das Ganze ist eben nicht nur Markt, sondern auch Ausbildung, es ist nachhaltige Entwicklung vor Ort. Das sind wenige Worten, wer da mehr zu wissen will, auf YouTube sind jede Menge Videos dazu, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, also wie wir gerade gehört haben, auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit nutzt vermehrt digitale Technologien in ihren Projekten, in der Landwirtschaft, aber auch im Gesundheitssektor. Und Herr Richter, das von Ihnen geleitete Vorhaben hat ja auch das explizite Ziel, dass die deutsche EZ die Chancen des digitalen Wandels nutzt. Daher würde es mich mal sehr interessieren, erzählen Sie doch ein bisschen, was macht die GIZ in diesem Bereich, was sind Ihre Erfahrungen und welchen Mehrwert sehen Sie vor allem in der Nutzung von IKT? Das ist ja immer bei der GIZ wichtig, dass man kurz sagt, was man wirklich macht. Weil wir ja dann immer so ein großes Unternehmen sind und dann gesagt wird, naja, wie seid ihr eigentlich aufgestellt? Und ich glaube, das ist wichtig einfach, dass wir das BMZ beraten, also meine Kollegen im Referat dazu beraten, digitale Welt mit denen zusammen IKT in der Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Und so im Sektorvorhaben ist das ja normal, dass man dann politische Beratung macht, dass man das dann mit Mainstreaming umsetzt und dass man das auch mit Pilotprojekten macht. Nun ist das kein normales Thema und auch keine normale Herangehensweise. Und für uns ist es dann sozusagen schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eine Liste von 350 IKT-Projekten gibt, die momentan umgesetzt werden, die in Umsetzung befinden. Und das kann eine ganz normale App sein für einen Kommunalvertreter, der im Endeffekt mal kurz wissen möchte, wie ist das mit dem Kommunalrecht, bis hin zur Unterstützung, was wir gerade machen, Unterstützung des rwandischen Digitalisierungsministeriums bei der Umsetzung, bei der Institutionalisierung von einem Accelerator und von der Digitalisierungsstrategie, also wirklich zu genuinen IKT-Projekten. Und ich glaube, das ist wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen. Und Digitalisierung ist ja wahrscheinlich wie andere Themen so ein Cross-Cutting-Thema, was im Endeffekt viele Sachen unterstützt, ob es jetzt Gesundheit ist oder ob es jetzt ländliche Entwicklung ist, da setzt man dann immer ein I davor, dann ist es E-Health oder E-Agriculture oder dann ist es E-Governance. Und ja, so funktioniert das ja wirklich, dass verschiedene Anwendungsprojekte dann unterstützen von der Entwicklungszusammenarbeit und die dann dadurch, darum geht es uns dann, bessere Wirkungen erzielen für die Ziele, die sie sich im Endeffekt genommen haben in den Sektoren. Das ist das Mainstreaming, was, denke ich, sehr interessant ist, darüber zu reden und zu gucken, wo gibt es da Ideen. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein paar IKT-Themen, genuine IKT-Themen haben Sie angesprochen, Datenschutz oder, wir würden es jetzt sagen, wir haben gestern auf der Republik eine Diskussion zum Thema Cyber Security gehabt, was, das klingt jetzt erstmal wie ein typisches militärisches Thema, ist es ja auch, aber ist das die Zukunft, den Datenschutz im Endeffekt beim BMVG sozusagen dann zu lassen? Oder wie ist das wichtig in den Projekten vor Ort? Also muss man da mit Datenschutz, muss man denen mal helfen, eine HTTP-Verschlüsselung zu verstehen, damit sie vielleicht ihre, wenn sie schon gute Wertschöpfungsketten haben, vielleicht dann nicht Angriff von, also das nicht gleich einfach auf dem freien Markt dann so zur Verfügung stellen. Nicht jeder möchte Open Source machen mit seinen Produkten. Und das ist schon, das sind so verschiedene IKT-Themen, die uns umtreiben. Das ist vielleicht so als Hintergrund, was wir als Vorhaben machen. Und in der ländlichen Entwicklung gibt es, das hatten Sie ja noch gefragt, in der ländlichen Entwicklung gibt es sehr interessante Projekte, die im Endeffekt im Landwirtschaftsbereich sind. Und ich kann vielleicht noch ein, zwei aus dem Gesundheitsbereich dazu packen, damit man sich das illustrieren kann. Wir haben die GEZ im Regionalbereich, arbeitet mit ECOWAS zusammen, der Regionalorganisation in Westafrika. Und da gab es ja die große Epidemien, verschiedene Epidemien. Man führte dazu, dass man in Epidemien ein Warnsystem haben wollte. Es gibt klassische Gesundheitsinstitutionen, Gesundheitsfocal Points. Und was jetzt gelungen worden ist, das nennt sich SORMAS, mit dem Helmholtz-Institut zusammen eine Pilotisierung angegangen und gesagt, okay, wie gelingt es, im Endeffekt vor Epidemien zu warnen und wie gelingt es sozusagen, das dann auch zu tracken. Und dieses SORMAS-System haben wir als Pilotprojekt angestoßen und geht jetzt im ECOWAS-Vorhaben in die Umsetzung in zwei Ländern. Und das sind einfach schöne Sachen. Bittelko habe im Vorgespräch einfach sehr deutlich und sehr klar noch mal darauf hingewiesen, dass das nicht genuin immer alles positiv laufen muss. Und das ist, glaube ich, was Neues und Interessantes hier auch, dass man so eine digitalen Sachen ja relativ einfach sich angucken kann. Entweder funktionieren sie, oder funktionieren nicht. Also wir nennen das dann Trial and Error. Wenn man dann einen Error hat und dann sagt, dann muss man das Projekt mal zumachen, schön evaluieren und hinstellen und sagen, das ist hier ein Fehler. Das ist für die Entwicklungszusammenarbeit nicht so einfach, das zu machen. Klingt jetzt einfach, aber ist nicht so einfach, weil da eine andere Auftragslogik hinter steckt. Und dann gibt es vielleicht den zweiten Bereich, das, was gut funktioniert als Pilotprojekt, das wir jetzt umgesetzt haben. Das dann auch Upscaling zu machen oder das Wort, was dann da von der Szene benutzt wird, das ist dann Leapfrogging zu machen und zu gucken, wie kann das im Endeffekt genutzt werden, um ganze Systeme der Entwicklung zu überspringen. Und das, was M-Pesa im Endeffekt darstellt, das wäre ein Leapfrogging, wo wir uns sehr freuen würden, wenn die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mal so ein System entwickelt mit Partnern zusammen. Könnten Sie ganz kurz bitte nochmal das Projekt M-Pesa erklären? Ich weiß nicht, ob das allen Zuschauern bei uns bekannt ist. Ich glaube, Sie kennen das sozusagen besser. M-Pesa ist das, oder wollen wir... Genau, genau. Ja, wir gehen jetzt nochmal gerade draußen in einer anderen Diskussion, aber ich weiß jetzt nicht, ob Sie auf M-Pesa insgesamt anspielen oder M-Pesa, wie es genutzt wird. Also M-Pesa ist ein mobiles Banking-System auf einem ganz normalen Handy, das funktioniert auch per SMS. Man kann von Ort X nach Ort Y per SMS Geld überweisen. Also ich könnte jetzt einfach eine SMS an Mavi schicken oder Mavi könnte eine SMS an ihre, Geld an ihre Familie jetzt aktuell in Tansania transferieren. Das funktioniert in Tansania, das funktioniert in Kenia. Es wird aber auch genutzt in verschiedenen Gesundheitsprojekten, in verschiedenen Projekten, um beispielsweise, wenn man ins Gesundheitszentrum geht, die Kosten dort zu bezahlen. Oder ich habe jemanden, einen Verwandten, der in einem entlegenen Ort sitzt, dem ich dann über dieses Mobile-Banking-System das Geld transferieren kann. Jetzt nur ganz kurz von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob das hilft. Erlauben Sie das, der Gänze? Ja, wenn Sie möchten. Also diese Technologie läuft unter dem Begriff Fintech. Das eigentlich Spannende dabei ist, da ist keine Bank mehr beteiligt. Trotzdem, darf ich Sie weiter als Beispiel benutzen? Sie haben gar kein Bankkonto. Aber trotzdem müssen Sie Transaktionen machen. Trotzdem müssen Sie vielleicht sowas wie eine Kreditwürdigkeit haben. Und das, Sie benutzen Ihren Mobiltelefon dafür, statt des Bankkontos, obwohl Sie kein Konto kriegen, aus welchen Gründen auch immer, Sie haben keine permanente Adresse, oder was immer der Grund sein mag, warum Sie kein Bankkonto kriegen. Ihr Mobiltelefon ist plötzlich Ihr Konto. Das ist was sehr Spannendes. Die Einstiegshürde ist damit deutlich geringer. Die damit verbundenen Kosten für den Nutzer sind deutlich geringer, weil das Geschäftsmodell einfach anders ist. Es läuft über das Telefon. Es wird häufig von Telco-Providern getrieben oder unterstützt. Und ein PESA ist eines davon. Es ist auch sicherlich das bekannteste und am weitesten entwickelte. Wir sehen das auch in Indien. Es gibt es in Südafrika. Da macht es sogar die Standardbank, die versucht, in diesen Bereich reinzukommen, weil das wird eigentlich die Bezahlmethode der Zukunft sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind die, durch das Leapfrogging, sind uns die Entwicklungsländer, Schwellenländer da weit voraus gegenüber uns hier, die wir alle noch mit den großen Banken arbeiten. Deswegen, also zum Ersten ist es auch, glaube ich, bei dem Thema wichtig, dass wir auch nicht die silberne Bullet haben. Und es ist dann schon bei dem Thema darum geht, das Richtige zu erzählen. Deswegen, ich kenne die Zahlen nicht. Ich glaube, das ist das Neue auch bei den IKT-Themen, dass man so ein wichtiges Thema dann auch wirklich richtig darstellt und grundsätzlich die Leute fragt, die es wirklich können und nicht nur die Leute, die jetzt sozusagen darüber reden sollen. Das hat noch, wenn man das noch ein bisschen sozusagen weiterspinnt, kommt bei dem Fintech jetzt noch eine interessante Sache dabei rein. Das ist dann ein großes Nerd-Thema. Das sind die Blockchain. Da geht es im Endeffekt grundsätzlich darum, dass so ein Blockchain ein System ist, wie man im Endeffekt Verträge digital hinterlegen kann und für jeden einsächlich sind. Das ist es vielleicht mal ganz kurz erzählt. Das würde aber in der Umsetzung möglich sein, so wird es momentan diskutiert in der Entwicklungszusammenarbeit, dass das Bankensystem damit abgeschafft wird, weil damit kann man auch Konten hinterlegen. Und wenn man das sozusagen der Verkettung wirklich durchdiskutiert, soweit sind wir sozusagen noch nicht, wir fangen da gerade erst an, dann ist das eine sehr, sehr interessante Entwicklung, wo es im Endeffekt darum geht, Menschen vor Ort im ländlichen Bereich, die einfach keinen Zugang haben, mit verschiedenen IKT-Möglichkeiten eine Stimme zu verschaffen und auch als Menschen sozusagen, als Individuen in der Gesellschaft darzustellen, die verschiedene wirtschaftliche Zugänge haben, einen anderen Einstieg haben. Und das sind Themen, die müssen im Detail sehr, sehr gut verstanden werden, um sie dann auch nutzbar zu machen für die Entwicklungszusammenarbeit. Soweit ist die Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich noch nicht, sie sieht die Sachen sozusagen aber und wir fangen die Pilotisierung an. Wir brauchen dann aber wirklich im Detail die richtigen Leute, die daran arbeiten und die richtigen Inputs, damit wir es richtig machen, weil es ein sehr interessanter, aber auch umkämpfter sozusagen Markt ist. Da geht es dann auch darum, so ein Bankensystem, dann wehrt sich dagegen auch. Frau Fritsche, Sie möchten was sagen, weil sonst würde ich... Ja, gerne. ...dann ganz kurz vielleicht noch, bevor ich die Diskussion zurückleite auf unsere beiden Kernthemen. Ich würde das gerne noch um einen Beispiel bereichern und vielleicht auch um eine Perspektive aus der Wissenschaft, der Herr Richter jetzt schon mal das Passwort Blockchain genannt hat. Da gibt es natürlich auch ganz viele Anwendungsfelder im Energiebereich. Auch auf der Republika gibt es einen Vortrag dazu, wie diese Blockchain-Technologie den Verkauf von Kleinstmengen an Strom zum Beispiel zwischen Nachbarn ermöglichen kann, was aktuell noch nicht möglich ist, auch regulatorische Gründe hat. Aber das wäre natürlich immens, wenn ich den Strom, den ich mit meiner kleinen Solaranlage produziere, nicht nur selber brauche, nicht nur einspeise, sondern auch meinem Nachbarn für einen Preis verkaufen kann, der wesentlich unter dem Preis liegt, den er sonst zahlen würde bei dem normalen Stromanbieter. Also die Ausmaße dieser Blockchain-Technologie wird sicherlich aktuell sehr stark noch gehypt, aber gerade in Bezug auf Empowerment von Menschen wirklich auch ökonomisch sich zu engagieren, können enorm sein. Das ist, wie gesagt, immer eine Frage, wie es gemacht wird und wie es dann auch letzten Endes umsetzbar ist. Herr Richter hat auch so schön gesagt, wir verstehen das noch nicht oder noch nicht in Gänze und machen auch ein Stück weit noch Trial and Error. Das kann ich auch aus der Forschungsperspektive bestätigen. Also es hat sich ein riesiges Forschungsfeld in diesem ganzen Bereich ICT4D, also Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung gebildet, wo dennoch auch einer der Diskurse immer noch ist, wir brauchen eigentlich noch mehr Feldstudien, wir müssen eigentlich noch viel mehr verstehen, was da wirklich passiert, wie Technologien genutzt werden, warum manche Projekte scheitern und andere auch nicht, an welchen Rahmenbedingungen das liegt und wie man da gegebenenfalls dann auch gute Erkenntnisse ableiten kann, um die Politik zu beraten und auch die EZ-Organisationen zu beraten. Also jeder, der hier sitzt und sich in dem Bereich wissenschaftlich engagieren will, würde ich sagen, das ist in der Tat ein sehr, sehr breites Feld, wo es auch mehr Forschung noch braucht und was es eben auch braucht, ist nicht nur die primären Effekte der Technologien zu verstehen, sondern auch die sekundären. Das heißt, wenn zum Beispiel, ich habe vorhin das Beispiel gebracht, ein Fischer seine Fische zu höheren Preisen verkaufen kann, oder auch Cashewnüsse, weil er eben solche Technologien einsetzt und dadurch ein höheres Einkommen generiert, dann ist eigentlich die nächste Frage auch für die Entwicklungszusammenarbeit, für Entwicklung allgemein, wie investiert er denn das Geld, was er da jetzt höher eingenommen hat? Also wohin fließen dann diese Revenues sozusagen? Fließen die in Bildung? Fließen die in Konsumgüter? Wo fließt das rein? Um einfach zu verstehen, welchen Einfluss digitale Technologien, sage ich mal, auf das Gesamtbild von Entwicklung eben haben. Es reicht nicht nur, wenn man sich nur die Projekte anschaut, sondern man muss auch schauen, welche Effekte sie dann im weiteren Rahmen eben generieren. Ja, danke schön. Jetzt muss ich trotzdem nochmal zurück zu Ihnen, Herr Richter, und das tut mir leid, ich traue mir jetzt fast die Frage nicht zu stellen, aber trotzdem, die EZ muss sich ja immer mit der Wirksamkeit befassen und immer darüber auch rechtfertigen. Und deshalb wäre jetzt einfach die logische Nachfrage, was sind denn, oder gibt es erste Evaluierungsergebnisse aus Projekten, die die EZ macht, wo eben digitale Technologien verwendet werden? Genau, aber die Frage der Wirkung ist eine, ja, also ich glaube als Hintergrund ist, die Umsetzung in den Durchführungsorganisationen gibt es ja schon seit Ende der 90er Jahre zu verschiedenen Projekten. Und es ist jetzt nicht so, dass der IKT-Bereich dann neu ist und sie wird dann einfach im Endeffekt ganz normal auch dort abgeleitet aus der Wirkungsmatrix, dann schaut man sich an, dann gibt es Projektevaluierung und da gibt es einfach relativ viele Wirkungen, die man so nach den Indikatoren hoch aggregieren kann und sagen kann, wunderbar, so viele Leute sind erreicht worden durch die Smartphones, so viele Leute sozusagen sind mit Klicks, haben sich daran beteiligt, so viele Leute sozusagen sind in den Sektoren, darum geht es ja dann grundsätzlich, vielleicht auch in die Landwirtschaft, in den Produktionsketten integriert worden. Das ist eine interessante Sache, wenn man sich in den Sektoren das anschaut, wo uns umsetzt geht, dass in den letzten drei, vier Jahren mit dem Portfolio beispielsweise, was der Herr Noke aufgesetzt hat, Digitales Afrika, wo jedes Jahr 50 Millionen Euro für KfW und GEZ, aber auch Deutsche Welle und Goethe-Institut-Projekte zur Verfügung gestellt worden sind, sich solche neuen Projektformen anzuschauen und zu sagen, es gibt auch genuine IKT-Projekte und da gibt es sozusagen zwei Themenfälle, zum einen, wie kann man IKT nutzen, um Wirkungsanalysen zu machen, also wie kann man IKT-Produkte nutzen, um Wirkungsanalysen zu machen. Das ist sehr interessant, beispielsweise für Wirtschaftsentwicklung in ländlichen Raum, wo keiner hinkommen kann, also mein Beispiel aus dem ländlichen Afghanistan beispielsweise, da gibt es die Möglichkeit, mit verschiedenen Zugängen über Verschränkung von Big Data, mit Smartphones und mit der zweite Bereich ist, glaube ich, Strom. Wenn man sich das anschaut, kann man da relativ genau mittlerweile Wirtschaftsentwicklung ableiten. Da muss man nicht immer vor Ort sein und mit den Fragebögen rumgehen und vielleicht einfach die Empfänger befragen, sondern man kann auch verschiedene andere Datenquellen nutzen und die extrapolieren und daraus ableiten, wie einfach Projekte umgesetzt worden sind. Das ist, glaube ich, interessant, weil ja relativ viele Projekte auch in fragilen Staaten umgesetzt werden. Der zweite Bereich ist, braucht man dann eine andere Wirkungsmessung für EKT-Projekte? Ich habe gesagt, ja klar gibt es das, aber ist das ausreichend oder haben EKT-Projekte noch andere Sachen, die man messen muss in der negativen Wirkung? Die gibt es ja durchaus. Wenn man Projekte zur Verfügung stellt, wie wird einfach sichergestellt, dass Datenschutz, dass sozusagen die Menschenrechte, dass im Endeffekt Selbstbestimmung und Demokratie da nicht unter die Räder kommen? Das muss man auch messen. Das ist nicht so ganz einfach dann immer. Und der zweite Themenbereich ist, sind die dann genuin besser, weil es EKT-Projekte sind oder es ist ein normales Gesundheitsprojekt, auch ganz normal. Und das ist der Bereich, wo wir im Endeffekt gerade erst anfangen, das BMZ zu dem Thema beraten. Wir haben mit der Google Impact Challenge, die haben wir ein ähnliches Problem, darüber gesprochen. Wir haben mit Better Place darüber gesprochen. Wir haben mit zwei, drei anderen staatlichen Institutionen, wie DIFFIT, darüber gesprochen. und GSMA, der Mobilfunkanbieter. Das sind Themen, die treibt momentan jeder um. Da jetzt aber zu sagen, wir haben jetzt die silberne Bullet gefunden, das ist nicht so weit. Uns geht es nur darum, das ein bisschen zu versachlichen, die Diskussion mit den Experten, die es wirklich können und schon mal umgesetzt haben, um dann zu sagen, ja, wir versuchen mal 2018 eine Pilotisierung anzuschieben. Da ist zumindest gerade der Auftrag von BMZ an uns erteilt worden, da mal einfach einen Vorschlag zu machen. So stehen wir da. Das ist unserer Meinung nach aber genau der Stand auch von vielen anderen Entwicklungsorganisationen. Ich würde sagen, DIFFIT ist noch ein bisschen weiter dort. Die sind aber relativ stark, weil sie eigene Institute dafür auch haben im Digitalisierungsbereich. Aber insgesamt robbt man sich an das Thema ran und uns geht es um so eine Entmystifizierung. Auch IKT ist nicht grundsätzlich gut, weil es jetzt ein Hype-Thema ist, sondern es muss sich genau dieser Wirkungslogik unterlaufen. Und es reicht nicht, Klicks und App-Nutzer zu zählen, weil es auch keine Wirkung. Das sind im Endeffekt nur Zahlen sozusagen von Nutzung. Das ist ja keine Wirkung. Also deswegen ein bisschen länger, aber ja, das ist ein sehr interessantes Thema in zwei verschiedenen Zielrichtungen. Wir sind da gerade am Anfang und versuchen, ein Kooperationsnetzwerk aufzubauen und sind sehr froh, dass das BMZ da Interesse hat. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe mal in einer Publikation der GIZ nachgelesen und da steht bei dem Titel Use of ICT for Agriculture in GIZ Projects ein Zitat. Das möchte ich euch gerne mitteilen. Do not try to develop software yourself. Private companies are much better equipped to play that role. Und da kommt doch die Privatwirtschaft und damit wieder Herr Pittelkopf ins Spiel. Sie haben bereits selbst das Beispiel der Cashew Initiative angesprochen. Ich möchte gerne noch mal auf die Kaffeepartnerschaft mit Uganda zu sprechen kommen und erkläre jetzt mal ganz kurz, worum es da geht. Das ist eine Entwicklungspartnerschaft von GIZ, SAP und der Uganda Coffee Farmers Alliance, die eine App entwickelt haben, mit der Kaffeebauern aus Uganda in die Lage versetzt werden, die Prozesse der Produktion bis zum Verkauf der Bohne nachzuvollziehen. Also auch Wertschöpfungsketten basiert. Haben wir ja heute auch bereits was zu gehört. Damit werden Effizienz und Transparenz der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette gesteigert und außerdem kann beispielsweise auch Zertifizierung erleichtert werden. Geben Sie uns doch bitte noch mal einen kurzen Einblick in dieses Public-Private-Partnership und dabei interessiert mich mal insbesondere, wo sehen Sie denn die Rolle Ihres Unternehmens und was erhofft sich SAP von solch einer Partnerschaft? Ich muss kurz meine Gedanken sortieren, dass ich da richtig reinsteige. Das eigentlich Spannende ist ja, glaube ich, gar nicht mal so sehr, wie das Projekt im Detail aussieht. Ich will das gerne erzählen, aber Sie haben es gut zusammengefasst. Im Kern läuft es darauf hinaus. Alles andere sind, wie Herr Richter zu Recht sagte, dann nerdige Geschichten, wenn man dann in die Details geht, wie Sachen funktionieren. Also ich bin gern bereit, wenn da Interesse besteht, das im Detail zu erzählen. Aber ich glaube, das ist nicht spannend. Spannender ist eigentlich, warum ist ein Unternehmen wie SAP mit der GIZ unterwegs und warum engagieren wir uns im Umfeld in der Entwicklungszusammenarbeit? Und das Erste, was ich sagen möchte, wir sind bei Weitem nicht die Einzigen, die das machen. Das ist nicht ganz unrichtig. Herr Richter hatte schon mal die strategische Partnerschaft Digitales Afrika angesprochen, die vom BMZ getrieben wird. Der Name Günther Nocke ist gefallen. Unter diesem Dach der strategischen Partnerschaft haben sich eine ganze Reihe von deutschen Unternehmen zusammengeschlossen und arbeiten mit dem BMZ und den angegliederten Organisationen wie GIZ, KfW, GEW, DEG zusammen. Und dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass, und das mag jetzt den einen oder anderen überraschen oder auch nicht, zunächst einmal ist das Interesse eines Unternehmens, Geld zu verdienen. Das ist so, alle drei Monate müssen wir unsere sogenannten Earnings kommunizieren und dann straft uns die Börse ab oder nicht. Und das ist nicht nur irgendwas, was dann Leute in New York oder Frankfurt interessiert. Das hat ganz konkret Auswirkungen auf Arbeitsplätze, hier in Deutschland auf unsere Arbeitsplätze, um das deutlich zu sagen. Das heißt für uns, das ist auch nicht nur für unsere Aktionäre, das ist für jeden Mitarbeiter. Wir müssen Profit machen, Punkt. Deswegen können wir uns die sogenannten Corporate Social Responsibility Projekte, Cash-Unus-Initiative habe ich erwähnt, das sind Projekte, wo wir sagen, da ist uns der Profit vollkommen egal, uns geht es da ausschließlich darum, was Gutes zu machen, was wir für richtig halten. Die können wir uns nur bis zum begrenzten Punkt leisten. Wir haben dafür ein Budget bereitgestellt, aber wenn das ausgeschöpft ist, ist das ausgeschöpft und dann müssen wir warten, bis das nächste Budget kommt. Da geht es uns wie Ihnen im öffentlichen Sektor. Also das ist das Erste. Auf der anderen Seite steht dann die Entwicklungszusammenarbeit, die, wie Herr Richter ja auch sagte, von einer anderen Logik, von einer anderen Rationalität getrieben ist. Da geht es nicht um Profitmaximierung oder Gewinnmaximierung, da geht es um Wohlfahrtsmaximierung, wenn ich das mal so ganz staatstragend sagen darf. Armutsreduzierung, ja genau. Die andere Seite der Medaille. Und alle Unternehmen, die unter der strategischen Partnerschaft stecken und wir eben selber auch sagen, das ist kein nicht denknotwendig, ein Gegensatz. Und das ist eigentlich der Kern der ganzen Angelegenheit. Diese beiden Sachen schließen sich nicht aus. Sondern es gibt Felder, wo Profitstreben von Unternehmen ganz klar entwicklungspolitischen Ansätzen widersprechen. Also hemmungslose Ausbeutung von Rohstoffen oder ähnliches wäre ein Beispiel dafür. Es gibt solche, wo entwicklungspolitische Vorstellungen nicht im entferntensten irgendwie ein Business Case von Unternehmen geben. Und da gibt es eine riesige Schnittmenge. In dieser Schnittmenge agiert die strategische Partnerschaft, agieren auch wir mit der GEZ. Wenn ich das mit den Uganda-Kaffee-Farmers nehme, unser Interesse ist ganz banal, diese Plattform, ich habe Rural Sourcing Management erwähnt, zu verkaufen. Gleichzeitig unterstützen wir damit aber diese Ziele der inklusiven nachhaltigen Entwicklung im ländlichen Bereich von den Farmern. Ich habe alle die Argumente ja vorhin schon gebracht. Hier kommen diese beiden Dinge zusammen. Und wir engagieren uns als SAP, aber das gilt nochmal, das gilt für Merck, ist ein gutes Beispiel, glaube ich, die ähnliche Dinge machen. Die HL ist an der Stelle unterwegs. Auch viele kleine und mittelständische Unternehmen sind an der Stelle unterwegs. Wir suchen gemeinsam nach diesen beiden Feldern. SAP ist dann wiederum, und auch das klingt jetzt ganz her und abgehoben, das mögen Sie mir glauben oder nicht, aber es ist tatsächlich wahr, wir haben einen Wertekanon und dazu gehört oben drüber make the world run better. Daran versuchen wir uns auszurichten. Und das ist perfekt. Die Arbeit in dem Entwicklungsumfeld finden bei mir auch im Vorstand immer ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit und hohe Unterstützung, weil sie passen perfekt zu unserer Vision. Sie sind für uns ein Geschäftsmodell und wir helfen dabei auch in der Entwicklungssusammenarbeit. Nach diesen Themen suchen wir SORMAS, war ein anderes Thema. Der Pilot, wenn ich den erwähnen darf, ist nämlich auch gemeinsam mit der SAP gemacht worden in diesem Zusammenhang. Es gibt andere solche Projekte, wo wir zusammenarbeiten, aber es steht bei uns schon immer auch dahinter, unseren Markt zu vergrößern. Ja, danke schön. Ganz ehrlich. Glaube ich Ihnen sofort. Kein Zweifel. Wenn ich richtig informiert bin, ist das Projekt vergangenes Jahr ausgelaufen. Das Konkrete jetzt mit den Kaffeebauern, mich würde einfach nochmal interessieren, wie geht es mit der App weiter nach Projektende? Es hat den nächsten Status erreicht, es ist nicht ausgelaufen. Ja, im Dezember 2016 haben wir eine strategische Partnerschaft für Uganda geschlossen mit dem BMZ. Die EZ führt wiederum aus. Insofern, also im Grunde genommen haben sie hier zwei Brüder sitzen, zufälligerweise. Jedenfalls in den Projekten, über die wir jetzt im Moment sprechen. Wir wollen das gemeinsam ausrollen in Uganda. Es konzentriert sich im Moment auf Uganda. Die App steht bei uns auf der Preisliste. Die kann man ganz normal kaufen als Interessent. Also sie werden kein Interesse haben, aber zum Beispiel habe ich vorgestern eine WhatsApp bekommen vom Landwirtschaftsministerium eines westafrikanischen Staates, die die Presseerklärung gesehen haben, die GZ und wir dazu rausgegeben haben, die gesagt haben, das ist total spannend, auch in unserem Land. Können wir das machen für unsere Farmer? Also es ist jetzt ein ganz normales Geschäftsmodell für uns, das gleichzeitig Entwicklungs- die SDGs unterstützt. Vielen Dank. Nicht nur SAP wittert neue Marktschancen in den digitalen Kanälen, sondern auch die großen Konzerne, andere große Konzerne wie Google oder Facebook. Diese beschränken sich schon lange nicht mehr nur auf ihre Kerndienstleistungen, sondern auch verschreiben sich zunehmend der Weltrettung. Herr Pittelkoff hat selbst das Zitat genannt, make the world run better. Frau Fritsche, wie bewerten Sie das privatwirtschaftliche Engagement großer Digitalkonzerne in dem Bereich? Ja, ich sage mal so, wenn es so getrieben ist von den Überlegungen, die Herr Pittelkoff jetzt gerade gebracht hat, dann klar schon auch erst mal positiv. Also ich glaube, es wird nicht ohne die Privatwirtschaft gehen. Da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Sie haben auch gesagt, es gibt sehr viele Interessen, die da der NZ entgegenstehen. Das ist natürlich auch richtig und es muss auch beachtet werden. Und man muss bei großen Konzernen natürlich immer davon ausgehen, dass sie auch getrieben sind, ihren Markt gegebenenfalls zu vergrößern. Also ich glaube, dass da ganz klar ökonomische Ziele auch dahinter stehen. Das ist ganz klar, aber halt auch nicht nur. Also da gibt es einfach auch, Herr Pittelkoff hat es gerade genannt, sehr viele gute Beispiele. Deswegen denke ich, man kann das nicht so schwarz und weiß sehen. Auch da ist immer eine Frage, wie so ein Projekt angegangen wird. Letztes Jahr beispielsweise hat ja Facebook versucht, in den indischen Markt zu expandieren, mit einem freien Internetangebot. Ich glaube, es nannte sich Free Basics. Das war quasi ein Angebot, wo man kostenloses Internet auch in ländliche Gebiete, Gebiete, die bis jetzt nicht ans Internet angeschlossen sind, bringen wollte, mit einem begrenzten Angebot an Webseiten, natürlich unter anderem auch auf Facebook. Wurde auch massiv beworben in Indien, auch mit der Frage, wie kann man denn da nur dagegen sein. Letzten Endes gab es allerdings sehr, sehr viele Leute, die dagegen waren, weil sie gewisse Grundprinzipien auch eines freien Internets gefährdet gesehen haben, beispielsweise die Netzneutralität, wenn man eben sagt, wir schaffen hier eine Nische, da gibt es kostenloses Internet oder Internet zu einem sehr, sehr geringen Preis vielleicht. Aber es gibt nur gewisse Seiten, die abgerufen werden können. Dann privilegiert man natürlich bestimmte Unternehmen, bestimmte Informationsangebote über anderen verfügbaren Informationsangeboten. Und da hat sich auch zivilgesellschaftlich eine sehr breite Front dagegen aufgetan. Letzten Endes ging das auch so weit, dass dann die Initiative hier zu einem Ende gekommen ist und nicht erfolgreich gewesen ist. Welche Rolle dann andere Überlegungen, wie man das freie Internet oder kostenlosen oder geringkostenden Zugang zu Internet in Indien organisiert, das will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber das Beispiel zeigt einfach, dass die Frage auch ist, wie so ein Projekt von einem großen privatwirtschaftlichen Konzern dann auch Interessen berührt und von Zivilgesellschaften auch berührt und welche Werte es dann gegebenenfalls auch in Frage stellt. Und dass da durchaus eben auch aus den Gesellschaften dann auch Widerspruch kommen kann. Und ich glaube, das an sich ist aber auch sehr wichtig, weil dann wird sich eben auch mit so Themen beschäftigt wie mit Datensicherheit, Netzneutralität etc. Das stößt einen gesellschaftlichen Diskurs auch an. Und ich glaube, allein daher kann auch von scheitenden Projekten aus der Privatwirtschaft dann letzten Endes etwas Gutes erwachsen für die gesellschaftliche Entwicklung in diesen Ländern allgemein. Ja, vielen Dank. Sie haben viele Schlagworte genannt, die wir auch im zweiten Teil dann nochmal aufgreifen werden, wie Netzneutralität oder Datensicherheit. Herr Pittelkopf, Sie wollten direkt darauf reagieren. Es kann gut sein, dass ich Sie missverstanden habe und für den Fall entschuldige ich mich gleich von vornherein. Aber was ich so ein bisschen höre und das habe ich auch in den einleitenden Bemerkungen gehört, ist immer so ein bisschen dieser Gegensatz. Auf der einen Seite haben wir Privatwirtschaft, auf der anderen Seite haben wir die Entwicklungszusammenarbeit. Für mich und vielleicht zu meiner Vita, ich war früher selber Beamter, ich komme eigentlich aus genau der anderen Welt. Ich bin ein Wanderer zwischen den beiden Welten. Für mich ist das nicht schwarz und weiß. Das klingt aber nur ein bisschen schwarz und weiß durch. Für mich ist ein Konzern nicht a priori ein Monster. Kann er sein. Ich sage nicht, dass die auch alle gut sind. Mir ist wichtig zu erkennen, zu sagen, es sind zwei unterschiedliche Zielsysteme, die beide für sich erstmal ihre Berechtigung haben. Und es gibt zwischen den Zielsystemen Schnittmengen. Das ist da, wo öffentliche Hand und Privatwirtschaft wirklich wunderbar zusammenarbeiten können. Und es gibt eben auch Felder, wo das nicht der Fall ist. Das ist ganz klar. Und wenn ich mir ein Projekt angucke, dieses Facebook-Projekt, das sie gerade beschrieben hat, das ich nicht kannte. Also aus dem Bauch heraus geschossen würde ich sagen, das geht gar nicht. Da bin ich ihrer Meinung. Aber das ist nicht, weil Facebook das macht. Sondern ich glaube, dem Ganzen liegt ein kleines Missverständnis zugrunde. Und wieder, ich komme zurück auf Sie. Sie sprachen von Visionen und von Utopie. Und ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben, aber meine Assoziation, die ich hatte in der Art ist, das ist was Böses. Das ist wie das Brave New World. Das ist eine Bedrohung. 1984. All solche Sachen standen plötzlich jedenfalls von meinem inneren Auge. Vielleicht haben Sie das gewollt. Ich glaube, dass Informations- und Kommunikationstechnologie anders verstanden werden muss. Viele von Ihnen haben selber Kinder oder haben mit Lego gespielt. Wir haben Tonnen von Lego. Und eigentlich ist Lego eine wunderbare Assoziation. Jeder einzelne Baustein ist eine Komponente von IKT. Irgendwas. Das ist Cloud oder das ist Blockchain oder das ist völlig egal was. Und daraus können Sie was bauen. Daraus können Sie was machen. Und da haben Sie Leute, die machen daraus echt miese Sachen und dann haben Sie Leute, die machen daraus wunderschöne Sachen. An sich ist aber der Lego-Baustein erstmal völlig neutral, völlig wertneutral. Ähnlich ist es mit IKT. Das ist nicht a priori eine Bedrohung. Es müssen Sachen dazukommen. Es ist nur ein Enabler. Und deswegen spielt auch der menschliche Faktor eine wichtige Rolle. Bei menschlichen Faktoren meine ich auch zum Beispiel, was ist die Intention hinter einem bestimmten Projekt. Wenn jedes Unternehmen hat die Bestrebung, seinen Marktanteil zu erhöhen. Ja, haben wir auch. Da mache ich ja überhaupt keinen Hehl draus. Würden Sie mir auch nicht abkaufen, wenn ich das anders behaupten würde. Die Frage ist, will ich alle anderen verdrängen und will ich totale Marktmacht und eine totale Übersicht. Das halte ich dann wiederum persönlich auch für verwerflich. Also das spricht, Intentionen spielen eine wichtige Rolle. Und da können Sie nicht sagen, jeder große Konzern hat von vornherein tendenziell schlechte Ansungen. Und was man beim Human Factor auch braucht, Sie brauchen Visionäre. Henry Ford, einer meiner liebsten Unternehmer, hat nicht nur gesagt, man kann jede Farbe haben, vorausgesetzt es ist schwarz. Er hat auch gesagt, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie schnellere Pferde gefordert. Er hat aber das Auto erfunden. Und das heißt, Sie brauchen auch Leute, die aus der Box herausdenken. Afrika ist da sehr hervorragend, weil es gibt wenig Boxes. Deswegen kann man sehr schön aus der Box herausdenken. Deswegen wird da auch so viel Neues, echt tolle Sachen entwickelt. Man sollte aber nicht gleich im Reflex reagieren und sagen, und weil das was ganz Neues ist, was wir noch nicht kennen, ist es schlecht. Da tut gerade uns Deutschen vielleicht auch ein bisschen Amerikanisches. Ich bin sonst wahrlich kein Befürworter amerikanischer Sicht der Welt, insbesondere heute nicht. Aber was ich gut finde, ist, die sagen nicht erst mal, warum etwas geht nicht und ich muss beweisen, dass es geht. Sondern die sagen erst mal, etwas geht und muss ich zeigen, dass es vielleicht doch nicht geht. Also das mal so als Widerspruch. Vielen Dank, gerne. Also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, man kann es nicht so schwarz und weiß betrachten und es kommt auf die Intention an. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es diesen Widerspruch, den es da gab, da hat sich gar nicht so stark daran entzündet, dass das Facebook ist, ein Konzern, der schon einen ungeheure Marktmacht hat, sondern wirklich in der Tat an dem, was sie denn da machen wollten und was das für Implikationen hätte. Und ja, deswegen, wie gesagt, sehe ich da gar keinen so großen Antagonismus und sehe auch, dass es da eigentlich einen sehr guten Effekt gab, nämlich die Auseinandersetzung auch mit der Technologie. Also ich finde das durchaus auch sehr positiv. Es zeigt auch, dass, sagen Sie schon selbst, also die Komponenten an sich, die sind neutral, die sind nicht aufgeladen, die kann man ganz sehr unterschiedlich nutzen. Und entsprechend ist es auch wichtig, über die Bandbreite der Nutzungsfähigkeit auch zu informieren, auch dafür zu sensibilisieren. Also wir hatten ja das Thema Datenschutz schon, also auch die Nutzung von Apps führt ja teilweise auch oder von digitalen Anwendungen, wird auch teilweise von den Nutzern skeptisch gesehen. Also ich habe eine Studie gelesen, da ging es darum, eine informelle Siedlung in, ich glaube, es war Kenia gewesen, zu mappen und zu schauen, okay, wo haben wir da informelle Schulen, wo gibt es vielleicht Krankenhäuser etc. Eigentlich ein super Projekt, um einen Überblick zu bekommen und auch zu schauen, wo man vielleicht Partner, wo man unterstützen kann etc. Informationsgewinn auch für die Menschen, die dort leben, zu generieren, das wurde teilweise aber sehr skeptisch gesehen, weil man dachte so, man gibt da jetzt Informationen preis, wo man auch nicht weiß, wie die genutzt werden und die dann, wenn es dann eben auch gerade als offene Information, als Open Data zur Verfügung gestellt wird, auch von Regierungsseite beispielsweise genutzt werden kann. Also da haben auch viele dieser Technologien eine Akzeptanzfrage. Und es ist richtig, dass sich damit auseinandergesetzt wird und ich glaube, dass auch die Zivilgesellschaft da eine sehr große Rolle spielt, solche Themen dann vielleicht auch zu vermitteln, zwischen EZ, Privatwirtschaft etc. Da würde mich ja interessieren, wenn ich Ihnen da jetzt die Moderation nicht vollkommen zerschieße, wie Sie das auch beispielsweise in Ihren Projekten, die Sie genannt haben, mit einbinden. Also Sie haben das Wort Inklusion mehrfach gebracht. Was bedeutet das denn für Sie ganz praktisch? Also wie entwickeln Sie ganz praktisch diese Projekte mit den Farmern, mit den Stakeholdern vor Ort? Nutzen Sie da zum Beispiel die Principles of Digital Development? Ist das ein Begriff oder nutzen Sie da einen eigenen Kodex? Wie versuchen Sie, diese Inklusion, die Sie da angesprochen haben, auch zu leben? Das würde mich einfach aus der Praxis interessieren. Herr Vittelkopf, eine wunderbare Frage, bitte. Und falls ich da noch was hinzufügen darf, weil die Frage wäre sowieso an Sie gekommen, dann ja, dann auch explizit, wie kann man das im ländlichen Raum sicherstellen? Also eben angesprochen schon digitale Kluft, weil ich glaube, in den Städten sind wir uns alle einig, da passiert super viel, auch im globalen Süden, mehr als hier teilweise, Sie haben es angesprochen, aber das sind eben Menschen, die sind bereits gut ausgebildet, die sind gut vernetzt. Was macht man denn mit denen, die auf dem Land leben, wo eben die Infrastruktur noch gar nicht gegeben ist? Jetzt schießen Sie sich aber auf mich ein, ne? Ja gut, ich habe auch den Mund aufgemacht, das ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass ich eine wirklich befriedigende Antwort für Sie habe. Denn es gibt kein festes Vorgehensmodell, keine feste Struktur, mit der wir vorgehen. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn wir solche Projekte machen, dann sind die aus unserer Sicht erstmal abgebildet in unserer ganz normalen Projektstruktur. Wie wir sowas halt normalerweise machen. Ob wir bei Barbour das Einkaufserlebnis im Shop verbessern oder ob wir den Vertrieb von Cashewnissen verbessern, ist zunächst einmal aus dem Projektvorgehensmodell für uns gleich. Das mag ein bisschen komisch klingen, ist aber tatsächlich so, es gibt bestimmte Phasen. So, jetzt fragten Sie, daran erkennen Sie schon, dass die mir kein Begriff sind, ob wir wen einbinden? Wie hießen die? Die Principles of Digital Development. So, daran erkennen Sie, und da werde ich zurückgefragt haben, dass wir das nicht tun. Es ist aber auch so, und da gucke ich genauso gut auf uns, das sind häufig eben aus diesem gefühlten Gegensatz, aus diesen gefühlten, getrennten Welten, häufig keinerlei Berührungspunkte. Sie sehen, ich weiß nicht mal, dass es die gibt. Gut, was wir wissen, ist halt, wir kennen die Strukturen der USAID, wir kennen die Strukturen der GEZ, der Weltbank, die allerdings nicht direkt in der technischen Zusammenarbeit aktiv sind, sondern eigentlich eher nur finanzieren. Solche Strukturen nutzen wir, aber das ist eine Case-to-Case-Frage. Also, insbesondere in Afrika ist die lokale Vernetzung absolut entscheidend. Und da können Sie nicht sagen, die GEZ ist immer bestens vernetzt. Ist sie manchmal eben nicht. Das sind manchmal ganz andere Spieler, die eine Rolle spielen. Wenn ich über Grana gesprochen habe, weil Planet Finance spielt eine ganz große Rolle, dieser Mikrofinanzierer. Das heißt, wir gucken dann wirklich im Vorfeld, wir nennen das Stakeholder-Analyse, weil alles hat ja irgendwelche Begrifflichkeiten im Vorgehensmodell, die versuchen wir einzubinden. Und wenn ich jetzt nach rechts gucke, wie machen wir das im ländlichen Raum? Sie müssen dazu wissen, dass unsere Projekte häufig mit Partnern eingeführt werden. Also, wir haben wiederum auch Einführungspartner, Leute, die unsere Software konfigurieren. Ich weiß nicht, wie vertraut sie mit uns sind, aber ganz simpel gesagt stellen wir sowas wie auch wieder einen Lego-Baukasten zur Verfügung. Jemand steckt das zusammen und baut daraus ein wunderschönes Schiff, Haus, Auto oder was auch immer. Und der, der das macht, den nennen wir Konfigurations- oder Einführungspartner, der auf unserer Software arbeitet. Da arbeiten wir insbesondere in Afrika nahezu ausschließlich, also Sub-Sahara, ich rede nicht über Südafrika, ich rede über Sub-Sahara-Afrika, nahezu ausschließlich mit lokalen Partnern zusammen. Da haben wir eine Handvoll, sechs, sieben, die wirklich sehr, sehr erfahren sind, die dann auch lokale Strukturen haben. Case by case, kommt aufs Land an, kommt auf die Themenstellung an, das ist eine Matrix und das nutzen wir. Ich sagte ja von Anfang zu Anfang schon, es ist keine befriedigende Antwort, das ist wirklich eine Fall-zu-Fall-zu-Fall-Betrachtung, weil das viel zu komplex ist. Ich meine, wir reden über einen Kontinent mit 54 Ländern. Ich kann Ihnen nicht die Afrika-Lösung geben, geht nicht. Herr Richter, was machen wir jetzt damit? Können wir erwarten, dass sich die IT-Giganten um das Wohl der Menschheit kümmern? Ich fange mal auch nochmal bei meiner ganz kurz an, weil es steht ja so ein bisschen im Raum, Digitalisierung als Utopie oder reale Möglichkeit. Ich habe vor zehn Jahren im Medienbereich gearbeitet und ich habe mitbekommen, wie der digitale Wandel bei Axel Springer stattgefunden hat. Mit einem unfassbaren Change-Prozess und zum Schluss stand Digital First. Und das ist übrigens die Frage gewesen, ob der Konzern überhaupt überlebt. Und das gibt es auf bild.de, Bezahlmodelle, die funktionieren. Das ist, glaube ich, die einzige Website, die das hinbekommen hat. Ich will nur sagen, das ist die Situation von vor zehn Jahren gewesen. Wir reden also nicht über, ist der digitale Wandel, kommt der jetzt oder ist der nett oder schön sozusagen und hilft der, sondern der ist ja schon da. Und ich finde, das muss man sich nur kurz vergegenwärtigen, weil das in der Entwicklungsarbeit häufig noch so diskutiert wird als so ein Add-on. Ja, wir machen dann auch eine App und na gut, wenn das BMZ saß, wir machen noch, dann bewerben wir uns mal auf so ein IKT-Projekt oder okay, SAP, da haben wir ja, mit dem machen wir auch andere Sachen zusammen, da können wir vielleicht auch irgendwas machen, die jungen Leute mal so und so sagen. Das ist ja dann doch so ein bisschen die Realität und das will ich ja nicht verhehlen. Denn das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig zufriedenstellend für die Entwicklungsarbeit der Deutschen. Wir sind da sicherlich nicht an der vordersten Front und probieren jetzt wahnsinnig innovative Ideen sozusagen aus, sondern wir sind im lernenden Modus insgesamt. Und das ist aber insgesamt in dem System so. Das ist ja das Interessante. Da ist im Digitalisierungsbereich einfach, da gibt es Möglichkeiten, die sind noch nicht so wie im anderen Bereich ländlicher Entwicklung. Da weiß man, glaube ich, alles schon sozusagen, was, da ist wahnsinnig viel publiziert worden. Da kennt man die Wirkungssachen, da kann man sich einfach mit Zielgruppen ganz spezifisch beschäftigen. Hier gibt es wirklich noch ein Lernfeld, das unserer Meinung nach auch ein Lernfeld bleiben wird, weil es auch als Lernfeld angelegt ist, wo man ganz andere Lösungen auch braucht. Agilere Lösungen bekommt, dezentralere Lösungen bekommt, schnellere Lösungen, manchmal langsamere. Wie ist das eigentlich, wenn man IKT wirklich umsetzt, schafft das denn die Hierarchie beispielsweise ab und und und. Und das wollte ich nur kurz sagen, dieser Trend ist jetzt nicht eine Utopie, sondern das ist auch kein Trend mehr, sondern das ist ja real geworden. Und wenn man sich das anschaut im politischen Leben, was wir demnächst bei der Bundestagswahl noch wahrscheinlich erleben werden, das ist alles politisch relevant. Und die Entwicklungszusammenarbeit muss dort eine Antwort darauf finden, weil, und ich sage gar nicht, weil das wichtig für BMZ oder GEZ oder für Herrn Pittelko ist, sondern weil es einfach unseren Partnerländern. Und ganz praktisches Beispiel, in Pakistan bin ich vom Landwirtschaftsministerium, vom Kommunalministerium gefragt worden, weil wir da dezentrale Entwicklung, ja, ein Dezentralisierungsprogramm, um es einfach zu machen, gemacht haben. Die haben gesagt, ja, Indien ist jetzt mit ihrer digitalen Agenda massiv in der Umsetzung, wir wollen auch was machen, weil wir sind ja besser als Indien. Und deswegen brauchen wir die GEZ und wir wollen mit euch einfach unsere 120.000 gewählten Kommunalvertreter, die wir jetzt gerade gewählt haben, die wollen wir mit einem Informationsmanagementsystem unterstützen. Das ist die Anfrage. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Sache, die wir uns sozusagen ausgedacht haben, sondern das ist im ländlichen Pakistan, in Punjab und in Khaybap-Hatunqa, das ist die Anfrage und mit der müssen wir umgehen. Und vor dem Hintergrund sozusagen würde ich es gerne aufziehen, die Partner machen diese Anfrage mittlerweile und wir brauchen da klare Antworten. Ganz kurz, um wie wir es machen können und ganz kurz, es braucht einen Rahmen, da können wir uns ja danach nochmal unterhalten. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass gestern auf der Republika der Staatssekretär Silberhorn die digitale Agenda gelauncht hat vom BMZ, die sagt, wir haben einfach hier einen Rahmen, wir wollen Beschäftigung fördern, wir wollen Demokratie unterstützen, wir wollen Menschenrechte unterstützen, wir wollen Leuten auf der Flucht mit IKT helfen, also einfach Prioritäten genannt hat und auch gesagt hat, wie man es dann umsetzt, welche Prinzipien wir machen und das wird auch der Rahmen sein, mit dem Herr Pittelko dann mit dem BMZ in Develop-Vorhaben oder mit GZ-Vorhaben dann einfach kooperieren kann und der ist jetzt nicht frei in der Luft herum, sondern der hängt an der digitalen Agenda der Bundesregierung dran und es gibt da eigentlich klare Prinzipien auch zum Thema Datenschutz da drin und es gibt auch klare Prinzipien, wie man das alles sozusagen Internet-Governance dann umsetzen möchte oder IKT-Governance umsetzen möchte, die müssen jetzt umgesetzt werden auch in der Entwicklungszusammenarbeit und das ist ein spannendes Feld, weil es da einfach noch viel zu Designen gibt, da kann man sich dann auch überlegen, wie man das monitort, wie man das auch beispielsweise von den Nutzern dann monitort, das ist ja eine gute Möglichkeit, Crowd einzubinden, das alles, was wir ja quasi als normal Facebook-User machen, das hat auch was mit der Entwicklungszusammenarbeit zu tun. Und der dritte Punkt, den ich sagen wollte, wir tun dann immer so, als ob es sozusagen ein deutsches, also als wenn man ganz viel von Deutschland lernen kann. Das stimmt. Ja, von den Erfahrungen, von der Entwicklungszusammenarbeit, die wir haben, von Siemens oder von SAP, mit denen wir zu tun haben, von Autodesk und das ist jetzt kein deutsches, aber wir haben so eine Allianz von Partnern, von denen man sehr gut lernen kann und wir haben einen unglaublich nachgefragten IT-Markt, wo es um Datensicherheit geht. Da wird sich Deutschland auch positionieren und sagen, hier ist einfach auch für uns ein Kriterium drin. Gleichzeitig haben wir aber auch ganz viel zu lernen von Ländern wie Estland, Korea oder Ruanda. Und ein ganz praktisches Beispiel, die GZ ist vom Bundesministerium für Justiz gefragt worden, könnt ihr uns mal bitte erklären, warum man in Korea nicht so viel vorinstallierte Apps hat. Und das ist jetzt nicht der digitale Süden, aber man könnte relativ einfach von Ruanda lernen, wie man eine Digitalisierungsstrategie politisch relevant umsetzt. Und zwar auf oberster Priorität und sozusagen in einer anderen Form, wie wir es machen. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass wir das nicht als Feld sehen, Deutschland hilft dem globalen Süden, sondern im Digitalisierungsbereich sind wir alle Lernende voneinander. Und das ist eine komplette Veränderung der Situation und das wird auch andere Projektformen bringen. Sie werden nicht die einfache Lösung bekommen, weil es nicht so einfach ist. Wir müssen uns über einen Rahmen unterhalten, der mit den Partnern, der mit dem politischen Auftraggeber abgestimmt ist und der dann Firmen sozusagen auch ermöglicht, das zu verschränken. So schwierig ist das nicht, aber es muss mal ausprobiert werden und es muss im Endeffekt dann gemonitort werden, geguckt werden, ob das auch dem Rahmen entspricht. Und dann ist das für uns eine gute Möglichkeit, in eine andere Umsetzung von Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Und das ist alles nicht Rocket-Sign, das ist alles sozusagen da. Man muss es nur angehen, machen und relativ viel auch sich darauf einlassen, dass man eben Trial and Error macht und dass sozusagen dann die Wirkung vielleicht in fünf, sechs Jahren dann auch auftritt. Aber die Zeit sozusagen braucht es auch, um sowas mit SAP beispielsweise sich, nicht fünf, sechs Jahre, da sind sie dann auch dann weg, aber um einfach das von der öffentlichen Hand einfach klarzulegen, das ist der Rahmen und in dem Rahmen wollen wir das ausprobieren und ich möchte echt nochmal darauf hinweisen, es geht um den Partner auch. Und wenn der Partner das annimmt und die deutsche Bundesregierung das mit vielfältigendem Tool unterstützt und wir sicherstellen, dass verschiedene international gültige Rechte, Digital Principles und Rights und sowas, umgesetzt werden, ist wunderbar. Eine der Sachen steht in der digitalen Agenda drin, die wir mitgebracht haben, die gestern quasi druckfrisch gekommen ist, und wir werden uns mit diesen Trends einfach grundsätzlich beschäftigen müssen. Ansonsten beschäftigen sich die Trends nämlich mit der Entwicklungszusammenarbeit und designen die Entwicklungszusammenarbeit der Zukunft. Das wäre jetzt schade, weil da würde viel von dem, was wir an sehr guten Lösungen haben, schnell über Bord geworfen werden, weil es politisch dann en vogue ist, einfach was Neues zu machen und auch neue Partner sozusagen mit einzubinden. Wir haben auch nichts gegen neue Partnerschaften, aber sie müssen schon einem gewissen Mechanismus folgen, wie sie dann sicherstellen, dass das Interesse der Bundesregierung und das Interesse des Staates gewährleistet ist. Und darum geht es uns formal, aber auch in den ganz normalen Prinzipien, die wir haben. Manchmal sind die noch ein bisschen lang, gebe ich Ihnen recht, aber auch die können digitalisiert werden. Sie haben die Digitalisierungsstrategie angesprochen beziehungsweise die digitale Agenda des BMZ, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, denn die kam auch nicht aus dem politischen Office. Es gibt auch die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung und mit der digitalen Agenda hat das BMZ eine erste Konkretisierung dann auch am Ende auf Implementierungsebene vorgelegt. Sie haben Handlungsbedarf schon vorskizziert. Wo sehen Sie gegebenenfalls Best Practices auf internationaler Ebene? Gibt es Akteure konkret im multilateralen Bereich, von denen Sie lernen können? Also Handlungsbedarf hatte ich ja schon gesagt, das ist glaube ich die Wirkungsdiskussion. Ein wichtiger Thema ist, wenn es hier so ein Politikwerk gibt, wie wird das umgesetzt? Durch verschiedene Portfolios, durch verschiedene Fonds muss das umgesetzt werden und dann die Wirkungsdiskussion. Was glaube ich wichtig ist, ist, dass es eine andere Logik folgt, so einer Digitalisierungsansetzung, dass man sich eben überlegen muss, wie können neue Partner eingebunden werden. Als praktisches Beispiel, wenn man in den Regierungsverhandlungen sitzt und das Bundesministerium zusammen mit dem Finanzministerium über Budgets redet und sagt, das wollen wir im Bereich TZ machen, das wollen wir im Bereich FZ, also finanzielle und technische Zusammenarbeit machen, dann sitzt da jetzt kein innovativer Think Tank mit dabei und da sitzt auch kein Startup-Unternehmen mit dabei und da sitzt auch kein Impact Hub oder sozusagen ein Innovation Lab mit dabei. Die wären aber grundsätzlich schon wichtig, in so einem Projekt einfach mit einzubeziehen, weil sie unserer Meinung nach auch Partner sind. Immer vor der Logik, ob sich das die beiden Länder vorstellen können, aber grundsätzlich braucht es neue Formen, wie diese Partner in so Projekte reinkommen, damit wir nicht immer die gleichen Sachen machen, sondern auch Partnersysteme sich verändern und es braucht neue Methoden und bei den Methoden ist wichtig, dass die nicht nur Nerds glücklich machen, sondern dass sie wirklich wirksam sind und diese Wirksamkeit muss nachgewiesen werden und dann wird es auch bei GZ und KfW, bei DEG dann auch Tools geben, die funktionieren, Fonds, die funktionieren bei der KfW, Startup-Ansätze bei der GZ, die funktionieren, Accelerator-Systeme, die funktionieren, App-Lösungen, die funktionieren und da fangen die Durchführungsorganisationen gerade mit an, sowas zu machen. Und die dritte Sache ist, einfach zu gucken, was gibt es an Trends und einfach nicht von Trends überrascht zu werden, sondern einfach zu schauen, okay, es gibt ein paar Trends, Big Data, Internet of Things, Blockchain, das sind alles so Sachen, ja, was heißt das dann eigentlich ganz konkret? Was sind das für Möglichkeiten? Was sind das für Risiken? Was sind das für Chancen? Und wie kann man das ausprobieren? Und da haben wir auch mit Betterment einen sehr guten Partner gefunden, haben ein Trendradar gelauncht, der liegt auch draußen, der beschäftigt sich damit, wie die SDGs auch von digitalen Methoden und Maßnahmen unterstützt werden können und entmystifiziert auch vielleicht ein bisschen die Herangehensweise. Das sind erste Versuche, aber diese Trends eben nicht nur auf sich zukommen zu lassen und davon zu überrollt werden, sondern einfach zu schauen, wie kann man auch ein paar Trends nutzen, mitgestalten, damit das nicht so eine Rollercoaster-Aktivität ist. die politisch vorgegeben ist, sondern die einfach technisch gut aufbereitet ist. Das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe, wichtiger als in diesem Bereich dann in anderen Bereichen, weil es doch ein sehr aufregender Bereich ist, ob der jetzt sehr positiv und sehr negativ genommen wird. Und das Ganze ist sehr emotional für uns alle, weil es ja uns ja selber betrifft. Das ist ja nicht nur derjenige in dem globalen Süden, der jetzt ein Projektnutzer sein soll, sondern es trifft uns ja selber und das macht das alles so komplex. Deswegen ist die Antwort auch immer sehr lang und vielleicht auch ein bisschen unsortiert, aber genau so schaut es aus und Mitmachende sind da einfach sehr angeregt, sich einzubringen, weil es jetzt Leute braucht, die einfach diesen Tiger reiten sollen und Tiger reiten müssen. Ansonsten werden wir dann irgendwann mal designt von diesem Tiger. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich würde gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen. Sehen Sie denn andere Entwicklungsagenturen, andere Entwicklungsakteure, die da schon einen deutlichen Schritt weiter sind, wo man sich gegebenenfalls Tools und Methoden abschauen kann? Also es gibt auf der internationalen Ebene mit der ITU den Dachverband sozusagen der International Telecom Union, die im Endeffekt diesen Bereich abdecken. Es gibt den Bereich von GSMA, dem Dachverband der Mobilfunkanbieter, mit denen wir gut zusammenarbeiten, wo wir im Endeffekt Austauschformate haben. Dann gibt es sicherlich mit den schwedischen SIDA und mit DFID aus Großbritannien Kollegen, die ein bisschen weiter sozusagen sind in der Umsetzung von Projekten. Aber es ist eigentlich eine genuine Verschränkung, dass man sehr voneinander lernt und dass es da auch einen klaren Austausch gibt. Die haben auch eine andere Herangehensweise an Wirkungsthematik bisher und denen folgen sie auch. Also ich würde sagen, wir sind sehr gut dezentral aufgestellt und auch in der praktischen Umsetzung haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen. Vielleicht ist der Politikrahmen ein bisschen weiter in anderen Ländern, aber wir reden da über ein, zwei Jahre Unterschied, nicht mehr. Und die Europäische Kommission hat gerade ihre Hausaufgaben, die Gedevgo, zu dem Themenbereich gemacht. Das ist alles ein ähnlicher sozusagen Schritt, aber er wird auch ähnlich gemacht. Es ist immer ein Multi-Stakeholder-Ansatz, es sind immer Firmen mit dabei, es sind immer Thinktanks mit dabei, es sind immer digitale Akteure mit dabei, es ist immer der Versuch der Einbeziehung der Zivilgesellschaft, auch der Personen. Und insofern ist die Diskussion eine offene. Und das ist das Schöne, dass das ja auch gelebt wird, dieses Open Source. Das ist ja zumindest eine der Ideen, die das BMZ auch sehr wichtig findet, dass man sagt, die Sachen müssen dann grundsätzlich sozusagen auch der Öffentlichkeit zugutekommen. Vielen Dank. Ich würde die Diskussion gerne nochmal einfangen und wieder auf unsere ursprünglichen Sektoren zurückführen. Über Landwirtschaft haben wir ausgiebig bisher gesprochen, Gesundheit haben wir immer mal wieder angekratzt. Beispielsweise hat der Richter das Präventionsprogramm der GEZ eingeführt oder wir haben auch über Blockchain gesprochen. Im Gesundheitsbereich ein wichtiger Faktor, meines Wissens nach, ist die Bill & Melinda Gates Stiftung da neulich eingestiegen und hat ein Blockchain-Unternehmen mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Medical Records quasi innerhalb der Blockchain zu speichern. Nochmal ganz kurz, Blockchain, dieser Begriff schwörte ständig rum. Blockchain kennt vielleicht die wenigsten. Bitcoin kennen vielleicht die meisten. Die SLEler auf jeden Fall, denen singe ich immer ein Lied davon. Das ist, glaube ich, so ziemlich die bekannteste Blockchain-Anwendung eben als entsprechende digitale Währung. Nochmal auf den Gesundheitsbereich zurückzukommen. Insbesondere in ländlichen Regionen gilt die Gesundheitsversorgung oftmals ja als problematisch, sowohl im Präventionsbereich als auch im Diagnose- und Behandlungsbereich. Gerade dort, wo dann eben andere Formen des Zugangs fehlen, scheinen digitale Technologien auf den ersten Blick ja ein erhebliches Potenzial entfalten zu können. Frau Fritsche, die Frage geht an Sie. Glauben Sie, dass digitale Technologien wirklich Lösungen anbieten können, sowohl was Qualität der Gesundheitsversorge angeht, als auch den Zugang zur Gesundheitsversorge? Ja, also ich denke schon, dass sie Teil der Lösung sein können. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Spielwiese der Gesundheitssektor in dem Bereich, aber wenn man sich so anschaut, was es da an Möglichkeiten gibt, da habe ich vor kurzem etwas gelesen, dass man Smartphones so ausrüsten kann, dass sie als Ultraschallgeräte genutzt werden können. Also wenn man sich das vor Augen hält, was das heute eigentlich noch bedeuten wird, wieder in die Praxis zu gehen, riesiges Gerät, Ultraschall, jetzt kann man das mit dem Smartphone gegebenenfalls machen, was das für Schwangere, also für die Sorge auch, da im ganzen Bereich Müttergesundheit, Kindergesundheit bedeuten kann, vorgeburtliche Vorsorge etc. in ländlichen Gebieten, dann ist das schon enorm. Aber auch hier ist die Technik halt immer nur ein Teil, also es muss auch jemand bedienen können, es muss jemand interpretieren können, es muss jemand was mit den Daten anfangen können, denn es muss überhaupt erst die richtige Frage gestellt werden, um dann zu gucken, welche Technologien setzen wir da ein. Also das ist immer im Kontext zu sehen. Und da gibt es natürlich auch Initiativen von Community Health Workers vor Ort, die solche Technologien einsetzen in ländlichen Gebieten und sie da nutzen, mit sehr großem Zugewinn für die Gesundheit der Menschen. Aber wenn man sich das gesamte System dann anschaut, gibt es eben auch da Herausforderungen, die einfach nichts mit Technologie zu tun hat, nämlich wie zum Beispiel das Gesundheitssystem an sich organisiert ist und wie dann Personen, die diese Technologien auch vor Ort in die Dörfer bringen, vielleicht institutionell eingebunden sind, also wie sie integriert sind, ob die da einen formalen Status haben, ob es da eine Anbindung an größere Gesundheitsinfrastrukturen gibt etc. Also ich glaube, dass die Technologien an sich da klar schon das Potenzial haben, aber man muss halt immer schauen, wie sie denn eingesetzt werden, wer sie auch wirklich nutzen kann, ist es vielleicht auch nur etwas Singuläres. Ich denke schon, dass es ein Stück weit einen Boom auch gibt bei den Technologien, dass da ganz viele kleine Projekte, jemand hat eine Idee, Mensch, das können wir doch machen, das können wir mit unserem Smartphone, da können wir eine Plattform machen. Da ist ja dann auch eine Pluralität an Services, wo man sich auch erstmal zurechtfinden muss, also auch bei Gesundheits-Apps, die die Informationen zur Verfügung stellen. Das setzt ja alles auch aus Skills voraus, sich in diesem Dschungel und in diesem Vielfalt der Angebote auch zurechtfinden zu können. Und diese Skills müssen natürlich auch erstmal gebildet werden. Und da kommt, sage ich mal, ganz klassische EZ, ehrlich gesagt, da auch zum Tragen. Also ich finde das schon auch richtig, dass das IKT ein wichtiger Teil in der EZ jetzt gewesen ist. Herr Richter, Sie haben es vorhin gesagt, dass das so ein bisschen gemainstreamt wird. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass darüber eben den ganzen Teil an sehr klassischen Mechanismen der Entwicklungszusammenarbeit gibt, die jetzt nicht in den Hintergrund gestellt werden können, nur weil wir auf einmal alle über digital sprechen. Ja, wir haben jetzt bereits einige sehr wichtige Punkte angesprochen. Allerdings gibt es zumindest aus meiner Perspektive noch eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt, die wir noch gar nicht bedacht haben in der Diskussion. Nämlich bei allen Vorteilen, die man in der Digitalisierung sieht. Sie geht eben einher mit einem steigenden, gestiegenen Energie- und Materialbedarf. Denn im Gegensatz zu den Daten, die dabei generiert werden, bestehen die Smartphones, Server und auch Tablets eben nicht aus Nullen und Einsen, sondern aus Metall, Kunststoff, Mineralien oder auch seltenen Erden. Und wenn wir uns einmal anschauen, wo diese Ressourcen herkommen und wie sie dort abgebaut werden, dann sind das oftmals Bedingungen, die eben eher ausbeuterischen Charakter haben. Hinzu kommen immer kürzer werdende Produktzyklen der Geräte und auch die Frage der Entsorgung von Elektroschrott. Und bevor Sie uns verlassen, Herr Pittelkopf, würde ich Ihnen einfach gern nochmal die Frage stellen, wie können denn Aspekte der Nachhaltigkeit, wie eben ein verringerter Ressourcenverbrauch oder auch gesteigerte Sozialstandards sichergestellt werden bei der Produktion der Technologien, die für die Digitalisierung nötig sind? Was habe ich Ihnen getan? Sie müssen dann gehen. Ja, ich muss dann gehen, genau. Nochmal, wir sind im Bereich der Nullen und Einsen aktiv. Soll ich Ihnen helfen? Sie helfen mir gleich, aber bitte, Herr Richter. Wir sind im Bereich der Nullen und Einsen, aber auch da geht es um Energie. Also zu dem Feld kann ich was sagen, wenn es dann um das Telefon geht. Aber eine Meinung haben Sie sicher? Ich habe dazu eine Meinung, ja. Man darf nicht verkennen, dass auch ganz normale technologische Abfragen unheimlich Energie verbrauchen. Server rennen, da geht eine ganze Menge Energie verloren. Und hier finde ich, dass möglicherweise ein Weg vorwärts ist, den hat Frau Fritsch schon angesprochen, das Ganze eben nicht als rein digital zu sehen und sich auch von diesem DSS-Ex-Machina-Approach zu lösen. Es spielen auch immer Menschen eine Rolle. Ich nehme auch mal Ihr Beispiel. Health App. Wir hatten mal ein sogenanntes Lab of Tomorrow. Da ging es darum, wie kann man den Zugang zu Gesundheitsversorgung für jedermann sicherstellen. Und da gab es einen Strom, der sagte, ja, wir machen einfach eine App, die jeder hat, die jeder benutzen kann. Und da gibt man seine Symptome ein und kriegt dann eine Diagnose und da sagt man, gehst du zum Apotheker, kaufst das oder gehst zum Arzt. Ich glaube, wenn man den Weg, wenn man in die Richtung läuft, dann wird das nicht nur inhaltlich in die Leere führen, sondern natürlich auch zu enormen Energieverbrauch fahren. Da entsteht Traffic, der für nichts und wieder nichts entsteht. Deswegen glaube ich, der erste Punkt ist, Menschen dazwischen zu schalten. Ich glaube an dieser Stelle, in diesem Beispiel, dass es gut wäre, wenn ein Community Health Worker mit so einem Gerät ausgestattet ist, der aber auch interpretieren kann, der auch entsprechend nicht nur Digital Literacy verfügt, sondern auch über medizinische Kenntnisse, um Dinge einzuordnen. Das heißt, ich glaube nicht an die zwingende Notwendigkeit der Explosion von mobilen Endgeräten, Endgeräten über das hinaus, was es heute bereits gibt. Wenn ich an World Sourcing denke, da in Uganda ist ein Mobiltelefon für 1400 Pharma. Eins zu 1400. Das ist dann etwas harmlos. Das zweite ist, Cloud-Technologie wird eine wichtige Rolle spielen in dem Zusammenhang. Ich glaube, Cloud ist weitgehend, jeder von ihnen benutzt das vermutlich, weil sie wahrscheinlich ihr E-Mail-Konto auf einem Cloud-Server haben, ob sie das wissen oder nicht. Da teilt man Ressourcen. Das ist ein zweiter Weg vorwärts, da wo wir arbeiten. Wir arbeiten ferner daran, dass unsere Applikationen weniger Rechnerleistung verwenden. Das klingt auch irgendwie doof, klingt also, ob es nur ums Schneller geht. Es geht auch um Energieverbrauch. Also wenn Sie unsere Rechenzentren sehen, der Energieverbrauch in unseren Rechenzentren geht dramatisch runter, weil wir die Architektur unserer Software vereinfachen und damit weniger Rechenkapazität brauchen. An solchen Stellen können Hersteller Einfluss nehmen, können die Konzepte, die Prozessoren, Konzepte einfließen. Und wenn es jetzt um die seltenen Erden geht, da gebe ich mal Herrn Richter und die Frau Fritsche weiter. Weil da habe ich nur eine Meinung, aber die geht nicht über das hinaus, was ich in der Zeitung lese und was ich so als politisch denkender Mensch meine. Dann bitte Sie. Das ist ja der Anfang und das Ende sozusagen. Seltene Erden, das wird bei uns im Bergbaubereich gemacht, da gibt es Projekte in Kongo beispielsweise dazu, die im Endeffekt Monitoring von diesen Themenbereichen betreiben. Das ist für den Verbraucher China dann interessant und da geht es einfach darum, wie kann man sicherstellen, dass der Abbau und Sozialstandards gerecht wird und wie kann man sozusagen dann auch diese Lieferkette im Endeffekt nachverfolgen, dass es auch der Profit dauert. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil es sich meistens um um geografische Ecken handelt, die jetzt nicht als mega zugänglich dienen und auch nicht als mega guten Sozialstandards dienen. Aber da gibt es, wer da Interesse hat, es gibt da ein Vorhaben im Kongo dazu, was dazu arbeitet und das ist auch wunderbar publiziert worden, darüber. Das kann man sich mal anschauen und gleichzeitig merkt man da, was man dann im Endeffekt eine riesen Diskussion aufmacht und dass man dort vor allen Dingen auch der Firmen als Kooperationspartner braucht, weil im Endeffekt ist das dann auch eine Marktmacht, die es sozusagen zu bearbeiten gilt. Und der andere Bereich ist dann der E-Waste oder elektronische Schrott, wo wir auch sozusagen seit einem Jahr dran arbeiten und wo es Kollegen in der GEZ gibt, die sich zum einen mit dem E-Waste beschäftigen der Durchführungsorganisationen. Wie läuft das eigentlich mit den Sachen, die auch beschafft werden in den Partnerländern? Wie ist das eigentlich, wenn so eine Sachen auslaufen? Wie kann das wieder benutzt werden? Und es gibt schon Möglichkeiten, dort ein paar Bereiche einfach gut wiederzunutzen und so ein Recycling-System einzubauen. Und da müssen wir einfach besser werden. Da müssen wir sozusagen einfach gucken, wie kann man das so beraten, dass es in der Nachhaltigkeitsidee von der Agenda 2030 auch umsetzbar ist. Und das ist also kein sehr neues Thema, sondern es ist ein Thema, was noch nicht operationalisiert genug ist, als dass man es jetzt richtig ausprobieren kann. Da gibt es die ersten Pilotideen und die Pilotumsetzung in Deutschland dazu. Okay, vielen Dank. Ja, die Zeit läuft uns davon. Ich finde es wirklich sehr schade, dass wir an dieser Stelle jetzt doch mal zur Pause kommen müssen. Ich glaube auch, wir alle können eine Pause ganz gut vertragen. Wir hätten noch ein paar mehr Fragen gehabt. Wir schauen mal, wie wir das in der zweiten Hälfte einbauen können. Jetzt kann ich Ihnen, liebes Publikum, erst mal mitteilen, es gibt draußen, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, auf Stellwänden QR-Codes, die wir ausgehängt haben. Diese können Sie mit Ihrem Smartphone scannen und gelangen dann zu einigen der Beispiele, die heute angesprochen wurden, aber auch generell noch andere Anwendungen. Es ging uns mehr so darum, die Bandbreite zu zeigen, die eben heutzutage bereitgestellt wird, über Websites, über Apps. Sind Sie herzlich eingeladen, das mal nachzuvollziehen. Außerdem haben unsere Gäste aus Kamerun, Kenia und Tansania Ihnen Infomaterial zu Ihren eigenen M-Health-Projekten mitgebracht, also mobile Gesundheitsanwendungen. Da geht es schwerpunktmäßig, wenn ich richtig informiert bin, um Mutter-Kind-Gesundheit. Sie werden auch draußen stehen und Ihnen darüber Informationen geben können. Und wenn all diese Informationen Ihren Durst nicht stillen können, dann stehen im Erdgeschoss auch Getränke und Snacks bereit. An dieser Stelle müssen wir uns dann leider auch von Herrn Pittelkopf verabschieden. Herr Pittelkopf, ich bin sehr froh, dass Sie heute dennoch gekommen sind und uns mit dieser Perspektive der Privatwirtschaft bereichert haben. Vielen Dank. Und wir treffen uns dann hier alle in einer halben Stunde wieder um 11.15 Uhr und dann wird es um notwendige Rahmenbedingungen für die Digitalisierung gehen. Vielen Dank. Vielen Dank.